Hey, ich wünsche euch herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Wir spielen jetzt die Vollversion von Scorn. Vor ein paar Wochen oder ja, eigentlich nicht allzu lange, ich glaube zwei, drei Wochen ist es her, haben wir den Prolog schon gespielt, den ich als Kickstarter-Unterstützer bekommen hatte, wie einige andere YouTuber auch oder einige andere Menschen schon, die das unterstützt haben. Und jetzt ist die Vollversion da und soweit ich das verstanden habe, ist der Prolog tatsächlich auch der Anfang des Spiels. Das heißt, falls ihr den Prolog gesehen habt, werden wir jetzt den Anfang nochmal spielen. Und da ich den jetzt schon kenne, werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen zügiger da durchlaufen. Das wird sich dann aber im Laufe des Spiels dann wieder etwas verlangsamen, weil das dann neu ist. Ich sage dann, wann quasi der neue Part kommt, den ich dann auch nicht kenne und dann gehen wir es wahrscheinlich wieder ein bisschen ruhiger an. Allerdings werde ich versuchen, in diesem, ja, jetzt, in diesem Durchlauf eine andere Entscheidung zu wählen. Was nämlich wichtig ist bei dem Spiel, und ich weiß nichts von der Story oder so, Ich weiß allerdings, dass es immer mehrere Wege gibt, ähm, die Rätsel oder die, ja, mehrere Wege gibt, mehrere Lösungswege gibt, die dann letztendlich auch entscheiden, wie der Lauf oder Verlauf des Spiels ist und, ähm, je nachdem, wie du dich verhältst. Du kannst dich halt böse oder gut, äh, verhalten. So habe ich das verstanden. Ja, optisch wird es auf jeden Fall ein Feuerwerk. Es ist, ähm, ja, ziemlich, ziemlich was Eigenes, würde ich sagen, obwohl der Style sehr stark an diese HR-Giga, äh, an dieses HR-Giga-Design von HR-Giga, ihr kennt ihn von Alien sehr wahrscheinlich, war ein Schweizer Künstler, ähm, erinnert. Und, äh, ja, ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel und ich weiß, es geht mit dem Intro los. Viel Spaß dabei. Wach auf. Wach auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Schon allein diese zwei Szenen sind recht interessant, weil es scheinbar zu zwei unterschiedlichen Zeiten spielt, wie man an den Händen erkennen kann. Die sehen ein bisschen anders aus und auch das, was er sich da anschaut, diese Türme oder so sind ja unterschiedlich. Und der Teil, wo er jedenfalls, oder wo wir jedenfalls runterfallen, ist auch der Teil, wo es jetzt losgeht. Was das für eine Welt ist? Ist sie außerirdisch? Ist sie nur in meinem Verstand? Was ist das überhaupt alles? Ich weiß es nicht, das ist der spannendste Teil jetzt an dem Spiel, überhaupt rauszufinden, was das Ganze ist und soll. Und wie auch immer. Okay. Guck mal, da sind wir runtergefallen. Mann, Mann, Mann. Einfach in diesen Komplex rein. Und hier kommt man wahrscheinlich immer noch nicht rein. Okay. Dann gehen wir mal diesen Gang lang. Man sieht die ganze Zeit, ich habe auch einen Körper und mein Körper sieht halt aus, ja, wie aus so einem Anatomiebuch, ne? Ich habe keine Haut, ich bestehe nur aus Muskeln, wie es scheint. Und generell sieht hier alles organisch aus. Organisch und doch mechanisch. Wie eine Fabrik. Mit Kabeln, die allerdings aussehen wie, keine Ahnung, könnten auch Nabelschnuren sein oder so. Wahnsinnig interessant auf jeden Fall. Und es unterscheidet sich sehr stark von der Version, die wir vor fünf Jahren oder so gespielt haben. Damals, als das Spiel halt auf Kickstarter rauskam. Zum Unterstützen. Es ist auf jeden Fall eine ganze Ecke realistischer, also realistisch im Sinne von guter Grafik geworden. Ja. Hier sieht es jetzt wieder nach Maschine aus, aber irgendwie auch nach Knochengerüst. Das könnten auch abgestorbene Tiere sein oder tote Tiere oder irgendwas, was man als Maschine verarbeitet hat. Ah ja. Hier ist die große Halle. Mal gucken, ob sich hier irgendwas verändert hat. Sieht halt aus wie eine riesige Fabrik. Hier sind Gleise. Ja. Wir gehen mal runter. Ich will jetzt nicht allzu viel verraten, falls ihr den Prolog nicht gesehen habt. Ach, da kommen wir nicht weiter. Das sieht definitiv aus wie Nabelschlur oder Blutgefäße oder irgendwie sowas. Einfach nur irre. Gleichzeitig sieht es aber auch so aus, als ob hier alles verfallen wäre. Eingestürzt. Das sieht schon eher wie Felsen aus, als ob sich ein Organismus hier in diesen Felsen gegraben hätte und dann gewachsen wäre und dann abgestorben. Und was übergeblieben ist, ist das Skelett. So beschreibe ich das irgendwie. Also so kommt es mir vor. Können wir ja gerne mal schreiben, was ihr, an was euch das so erinnert. Weil es ist, ich finde es schon sehr, sehr eigen. Sehr speziell. Okay. Was haben wir hier Schönes? Eine Art Schlüssel. Und das sieht wieder sehr mechanisch aus, aber auch gleichzeitig wie ein Knochengerüst. Das Rollator-Klo. Ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich... Oh, hier kann man durchgucken. Kann ich mich ducken? Ducken geht gar nicht. Na gut. Mit diesem Ding können wir auf jeden Fall diese Maschinen bewegen. Und was auch erstaunlich ist, dass es diese Handschuhe gibt. Also diese Welt ist schon für uns gemacht irgendwie. So. Das ist jetzt das erste kleine Rätsel, diese Tür aufzumachen. Und sobald wir hier weggehen, müssen wir uns auch beeilen. Diese Tür geht wieder zu. Und wir sind in der großen Halle. Und hier sehen wir jetzt auch schon, hier sind Schienensysteme. Das erste große Rätsel. Hier ist eine weitere Tür. Gucken wir mal. Okay, wir kriegen sie nicht auf. Weil diese Krallen in die Tür greifen. Hier ist noch ein zweites Pult. Und damit kriegen wir die Greifarmer nach oben. Das heißt für uns, wir brauchen zwei Personen. Wir können das nicht alleine hinkriegen. Das ist ein Problem. Jetzt müssen wir mal sehen, wie wir das fixen können. Ah, hier ist auch so eine Art, so ein Ding, was man hier auf die Gleise schieben kann. Und eine Art Arm, um etwas runterzuheben. Ich glaube, ich kann euch das mal zeigen. Hier gibt es nämlich auch eine Konsole. Und wir haben die Möglichkeit, es zu verwenden. Aber so wirklich machen kann man da nichts, ne? Okay. Beenden wir das mal. Ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt erstmal die Schienensysteme angucken. Und dann kann ich noch ein bisschen was dazu sagen, was ich schon in dem Prolog erfahren habe oder gemacht habe. So, hier geht es nicht weiter. Hier ist definitiv zu. Obwohl hier auch so Kapseln sind oder sowas. Hm. Aber ich glaube nicht, dass man hier was machen kann. Es gab eins, zwei... Ja, hier gibt es auch eine Maschine. Man kann also etwas hierhin befördern und dann irgendwie in diese Maschine rein. Hier sind doch wieder Bedienkonsolen. Und hier liegen irgendwie Eier rum. Eier mit so einer Art, ja, mumifizierten Embryos. Mal sehen. Es ist ein bisschen schwierig, sich hier zurechtzufinden, aber das kriegen wir schon hin. So, jetzt sind wir hier wieder bei dem Tor, was wir uns schon angeguckt haben, was nicht aufgeht. Und dann geht es noch hier lang. Hier sind nämlich noch mehr Maschinen und auch noch Bahngleise. Und was auch immer das für eine Suppe ist, ich will es gar nicht wissen. Hier sind noch... Hier gibt es nochmal so ein Teil für eine Bedienkonsole. Also für so einen Schlüssel, den wir jetzt an unserem linken Arm haben. Aber wir haben natürlich keinen Arm. Und... Ah ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich will mir das auch nochmal angucken. Aha. Ich verstehe. Also, irgendwas können wir auch hier hin liefern. Okay. Oha, hier liegen aber auch diese komischen. Okay, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Folgen wir mal diesem Gleis, weil das ist der Weg, den wir dann beschreiten wollen. Wie gesagt, wenn ihr die andere Version sehen wollt, dann müsst ihr den Prolog nochmal gucken. Da habe ich dann nämlich... Bin ich den Weg der anderen Maschine gegangen. Was ist denn hier? Es leuchtet, aber wir können nichts machen. Okay. Da ist wieder der Stuhl. Okay, hier ist das Gleis schon richtig gesetzt. Vor der Tür. Dieses Gleis müssen wir verändern. Und dieses Gleis müssen wir verändern. Zwei Stück. Okay. Dann kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Oder wo ich jetzt hin will. Gehen wir mal hier hoch. Äh, hier geht's hoch. Denn so viel kann ich schon verraten. Hier oben können wir die Gleise einstellen. Auch wieder sehr interessant. Dieses Ding fährt. Und jetzt können wir uns tatsächlich selber sehen, weil wir stehen jetzt da oben auf der Plattform. Äh, das Tor ist da. Okay, das Gleis ist okay. Das Gleis müssen wir umstellen. Und das Gleis müssen wir umstellen. So, ich glaube, dann sind wir richtig. Richtig. Ja. Das müsste jetzt richtig sein. Okay, ich guck nochmal. Zack. 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 Und hier abbiegen. Wenn wir hier abbiegen, müssten wir dann zu dieser einen Maschine kommen. Ja. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch was, was wir dahin transportieren können. Äh, ich müsste mal gucken, wo das war. Ich glaube, da mussten wir hier irgendwo auch rein. Linke Seite. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo. Weil sie sind doch gerade hierher gegangen. Weil sie sieht auch aus wie Damen oder so. Also, es ist einfach nur irre. Hier liegen noch mehr von diesen mumifizierten Körpern rum. Und es sieht aus wie Gesichter. Auch da sitzen Figuren rum. Also, total irre. Total irre. Ich bin hier ganz falsch. Vielleicht muss ich doch nach rechts. Ich weiß es nicht mehr. Ziel ist es auf jeden Fall, nach oben zu kommen. Wieder. Auf eine zweite Ebene. Hier sind diese komischen... Was sieht das irre aus? Wie ein Hammer sieht das aus, oder so. So, gehen wir mal in die andere Richtung. Hier wäre übrigens die andere Maschine. Die, die wir im Prolog benutzt haben. Wenn ihr die Version sehen wollt. Kabel nervt. Dann müsst ihr den Prolog ansehen. Ah ja. Und hier kommen wir nach oben. Okay. Alles aussteigen. Hier sind auch noch mal Schienen, sehe ich gerade. Also, auch noch mal Schienen, nicht Maschinen. Sieht aus wie ein Schiff. Ah, hier hängen auch noch welche von diesen Kapseln rum. An diesen komischen Dingern. Gehen wir einmal rum. Ich glaube, man kann einmal komplett rumgehen. Hier ist auch noch eine Tür. Aber da kommen wir nicht durch. Abgeschlossen. Riesige Tore versperren uns den Weg. Was haben wir hier? War ich hier überhaupt schon? Auch hier ist zu. Okay. 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 Wie ich laufe am Schatten, ey. So. Muss ich also mal eben zurück. Da kommt ein recht nerviger Teil. Das sieht doch gut aus, oder? Ah, das war der... Okay. Das war der Aufzug. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit. Ich muss mal eben gucken, was man hier machen kann. Wir müssen etwas hier greifen. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen Tic-Tac-Toe hier. Genau. So. Lass mal gucken. Also ich weiß... Wir brauchen dieses Teil hier. Das Teil brauchen wir. Das kriegen wir nicht da runter. Okay. Aber das ist ja irre. Ich weiß tatsächlich nicht, was der schnellste Weg wäre hier rein. Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir müssen erstmal dieses Ding loswerden. So kriegen wir das auf jeden Fall. Man erkennt diese Kapseln übrigens. Wenn die leuchten, dann ist da was drin. So. Versuchen wir die erstmal zu greifen. Vielleicht ist aber auch schon die richtige. Aber ich glaube nicht. Das hat leider nicht funktioniert. Geht da runter, ne? Ah, guck. Da ist dieser Greifer. Siehst du, den wir schon bedient haben. So. Und wir müssen jetzt... ...an dieses Teil hier kommen. Das brauchen wir. Das wird jetzt spannend. Ich weiß gar nicht, ob wir hier oder hier... Guck mal. Das könnte man noch... ...wegräumen. Aber letztendlich ist das egal. Da können wir jetzt einzeln noch reinräumen. Was war das denn nochmal? Ah, das ist doch ein Einzelnes. Das ist doch ein Einzelnes. Aber das kriegen wir nicht darüber. Das kriegen wir aber darüber. Aber die schon mal aus dem Weg. Dann machen wir das darüber. Dann haben wir das schon mal aus dem Weg. Ja, es wird da ein bisschen kompliziert. Da tue ich mich echt schwer bei solchen Sachen. Versuchen wir das erstmal irgendwie da hoch zu kriegen. Und dann wieder hier runter. Ja, so müsste das doch ganz... So müsste das doch funktionieren, oder? Nee, das müssen wir auch noch rüberkriegen. Ah, das ist ja blöd. Warte mal. Ah, das können wir noch... Nee, das können wir nicht einrunter. Doch das können wir... ...da hin tun. Das können wir da hin tun. Dann können wir das nämlich da rüber schieben. Warte mal. Das muss da irgendwie raus. Wo kriegen wir das denn hin? Das muss nach da unten. Der muss da weg. Der stört nur. Der kann aber erst mal hier hin. So. Der muss auf jeden Fall... Ah, der kann hier hin. Und dann kann der da oben hin. Und dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Ja, das sieht gut aus. So, hier haben wir unseren... Unser wertvolles Ei. Okay. Uh. Alles klar. Und ich finde das so makaber. Da ist nämlich einer drin. Der lebt noch. Okay, ich bin sehr gespannt. Was passiert. Das ist jetzt auch für mich neu. Okay. So, nicht alles, aber... Ihr wisst schon. So, der Kollege wird nach unten gebracht. Wir folgen ihm auf diesem Weg. Das ist so ekelig, ey. Das sind Bedienteile, wo man die Finger so reinstecken muss. Das ist schon echt irre. So. Da müssen wir eben nicht hin. Äh... Ja, da. Da hängt er. So, mein Freund. Wollen wir nicht mal runter. So. Alles klar. So. Und jetzt schieben wir dich mal dahin, wo du hin sollst. Ich weiß jetzt nur nicht... Hallo, Omi! Ja, gehen wir eine Runde spazieren? Es sieht ziemlich unbequem aus. So, ich weiß jetzt nur nicht... Hier ist noch eine Maschine. Hier können wir was machen. Da können wir nämlich so eine Art Henkel da oben reinschrauben. Und ehrlich gesagt weiß ich aber nicht, ob wir das... müssen. Aber scheinbar müssen wir das. Das mag der gar nicht. Das mag der gar nicht. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Er gibt auf. Er hat gar keinen Mund. Er kann nicht schreien. Keine Sorge. Diesmal wird es bestimmt besser als beim letzten Mal. Ja, Weg ist allerdings ein bisschen weiter. So, jetzt kommen wir hoffentlich bei der richtigen Maschine an. Das sieht doch gut aus. So, dann gucken wir mal, wie das hier funktioniert und was dann passiert. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Okay. Okay. Das ist auf jeden Fall anders als beim letzten Mal. Okay, ich wünsche dir Glück, mein Freund. Oh nein. Oh nein. 0-0-1. Aber er lebt noch. Jetzt kann ich spoilern. Bei der anderen Maschine wird er quasi auseinandergefetzt. Und wir sind so an seinen helfenden Arm rangekommen. Oh. Aber wie kannst du mir jetzt helfen? Oh mein. Schwere Geburt. Oh mein. Kann ich dir irgendwie helfen? Sie ist aber ganz lebhaft aus, ne? Aber wie? Aber wie? Er kommt mit? Okay. Okay, er kommt mit. Äh. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Hier hin. Ah. Komm mal hier hin. Ich nenne dich Hugo. Hugo, komm mal her. Das machst du gut, dafür, dass du das erste Mal läufst. Sehr gut. Steck mal deine Hand da rein. Dann passiert was Tolles. Komm, ich helf dir. Ob das jetzt besser ist als der Tod? Ich weiß nicht. Na komm, stell dich nicht so an. Hey, jetzt hast du auch einen Schlüssel. Gut gemacht. Super. Bin stolz auf dich, Hugo. Wir zwei, ja? Wir sind ein klasse Team. Okay, komm mal mit. Wir müssen nämlich jetzt, ähm, zum Tor. Ach, das ist ja sogar hier. Guck mal. Haben wir es gar nicht so weit. Hier, komm mal her. Hugo. Ja, da kommt er gewackelt, du. Okay. Einfach irre, wie man diese, diese beiden Versionen, na gut, ihr kennt jetzt die andere nicht vielleicht, aber wie man die jetzt, äh, das tatsächlich diese zwei Versionen gibt, die ist viel geiler als die andere. Ist ein bisschen schade, dass wir da nicht alle sehen werden im Laufe dieses, dieses, äh, Durchspielens. Komm, ich helf dir. Aber ich werde versuchen, mich richtig zu entscheiden, also im guten Sinne. Ich weiß nicht, ob das was bringt oder ob ich es überhaupt schaffe. Okay. Du hältst hier die Stellung, ich mach hier, okay? Super. Was, mir eine super Hilfe, Hugo. Kannst jetzt die Hand wieder rausmachen. Geht das? Ist natürlich auch blöd, ne? Wenn du jetzt hier einfach hängen bleibst und nicht mehr da wegkommst. Okay, ich kann's nicht rückgängig machen. Na ja, ich würde mal sagen, dann warte einfach mal hier, vielleicht komme ich nochmal zurück, ne? Und, äh, wir finden da eine Lösung für dein Problem. Aber ich sag mal so, die andere Version wäre nicht so toll gewesen für dich. Der hätte so sich dann quasi ausgelöffelt gefühlt. Oh. Ja gut, das... Noch einmal geschrien. Also das mit dem Wiederkommen, das, äh... Ja, das sehen wir dann, ne? Viel Glück noch. So, für uns geht's jetzt nach oben. Gigantisch. Haben wir diesen Aufzug vielleicht sogar schon gesehen von oben? Ich muss jetzt leider meine, meine Griffel da drin lassen, sonst kommen wir nicht hoch. Ah, nee, das war doch was anderes. Oder doch vielleicht von da? Ich weiß es nicht. Hier liegen noch mehr von diesen Leichen rum. Mann, Mann, Mann. Wofür war so eine Fabrik nur? Das ergibt doch alles gar keinen Sinn, oder? Hier bröckelt schon der Putz ab. Wahnsinn. Es sieht aber auch irgendwie... Es sieht halt nicht nur aus wie ein Organismus, der irgendwie abgestorben ist, sondern auch, als ob er quasi befallen wurde von einem Parasiten. Oh, was hat denn hier Schönes? Hallo! Organische Waffen. Sehr schön. Folgen wir mal diesem Weg hier. Ach ja, es ist nicht nur eine Waffe, sondern auch ein Schlüssel, wie es scheint. Und hier. Ich hef. Ah! Oh! Oh! Oh, ichANN! Oh! 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 So, hier haben wir was losgelöst. Wofür das gut ist, das sehen wir noch. Auf der anderen Seite gibt es das auch nochmal. Wie gesagt, noch ist das alles auch der Teil, den wir aus dem Prolog kennen und ich. Deswegen weiß ich schon, was man hier tun muss. Hier ist die andere Seite. Und ein weiteres Teil, das auch nach vorne befördert wird. Die Maschinen laufen wieder an. Dummerweise haben wir diese komischen weißen Flugviecher hier befreit, die uns hier den Weg vernebeln. Die kriegen wir aber so aus dem Weg. So, sehr schön. Und hier sind jetzt diese Dinger, die wurden jetzt hierhin transportiert. Eins lag hier schon. Insgesamt haben wir jetzt drei. Und hier haben wir die nächste Maschine, die wir aktivieren können. Wir können jetzt dieses Flugviech hier steuern. Und die Dinger doch rausnehmen. Das ist so irre, weil das ergibt halt überhaupt gar keinen Sinn. Ich würde es als eine Art Schlüssel bezeichnen. Das letztendlich einen neuen Schalter zutage bringt. Vielleicht aktivieren wir dieses organische Wesen aber auch wieder. Wir bringen es zum Leben zurück. Hier hat sich was geöffnet. Können wir jetzt einmal kurz in die Außenwelt gucken. Das ist auch sehr interessant. Denn außerhalb dieser Fabrik. Es sieht halt wirklich aus, als ob das mal ein gigantisches Lebewesen war. Das ist aber scheinbar auch mit irgendwas verbunden ist. Irgendwas, das allerdings Richtung Nebel verschwindet. Und wir sehen es nicht. Na gut. Machen wir unseren Job hier mal weiter. Da versteht man auch, warum die Entwicklung des Spiels über fünf Jahre gedauert hat. Wahrscheinlich noch länger, weil 2017, als die aufs Kickstarter vertreten waren, gab es ja schon eine Demo. Wo wirklich auch schon viel so in die Richtung ging. Nur grafisch noch sehr, sehr, sehr viel simpler. So, bringen wir mal Licht in die Bude, ne? Das ist wie so ein Gamerzimmer, wo den ganzen Tag die Jalousie runter ist. Und dann irgendwann, ne, um 14 Uhr, du hast die Nacht durchgemacht. Und dann 14 Uhr nachmittags kommt die Mutter rein und zieht dir erstmal die Jalousien hoch. Und sagt, Kind, geh doch mal raus. Die ganze Zeit nur vorm Rechner. Ist doch nicht gesund. Mach doch mal Sport. Ja, komm. Rein damit. Achso, wir müssen erst hoch. Okay. Sportlich, sportlich bin ich hier unterwegs, ne? Ja, 45 Minuten. Ich glaube, die Demo hat eine Stunde gedauert. Aber ich habe ja auch den anderen Weg gemacht. Oh, ich habe es kaputt gemacht. Aber es scheint wieder lebendig zu sein. Und hier. 0, 0, 0, 3. Okay. Und hier endet jedenfalls, endete jedenfalls die Demo. Und alles, was jetzt kommt, ist auch für mich neu. Die sind komplett eingekleistert in so einem Zeug. Wie in einem Kokon. Es ist ein Kokon. Mit einer Nabelschnur. Oh. Hallo. Hat ein bisschen was von Matrix, ne? Tausend Kokons. Du wachst auf und wirst erstmal rausgespült. Aber warte mal. Ich sehe nicht mehr ganz so... muskulös aus. Als ob ich jetzt eine Hautschicht mehr hätte. Oha. Nabelschnur. Oh, Gott. Oh. Aieieieie. Ja. Au. Krass. Das sieht sehr, äh... sehr beeindruckend aus. Da sind wir rausgefallen. Also, die kleben... Wie irre ist das? Zig Eier an der Wand. Und scheinbar schafft es nicht jeder, geboren zu werden. Oder was auch immer. Die meisten verrotten einfach. Fallen aus ihren Eiern. Und sterben dann hier. Aber wir sind jetzt außerhalb. Wir sind nicht mehr in dieser... in dieser Fabrik oder so. Obwohl, das... Das ist einfach so eine Wand, ne? Wo diese Eier drangeklebt sind. Total irre. Ich muss mir erstmal umgucken. Wie gesagt, aber jetzt ist der Teil, den ich nie viel mehr kenne. Deswegen... schaue ich mich ein bisschen... ein bisschen genauer um. Ah, der ist sogar bis hierhin gekommen, ne? Richtig weit, du. Aber auch hier liegen irgendwie organische Sachen rum. riesige Schläuche, Nabel, Schnur... Okay. Alles voll damit. Das ist jetzt eine ganz andere Umgebung. Herzlichen Glückwunsch. Soweit wie du bist, ist kaum einer gekommen. Auch hier wieder alles abgestorben, ne? Immerhin waren sie gemeinsam zusammen, ne? Sind bis hierhin gekommen. Aber hier geht's dann auch nicht weiter. Warte mal, wir kommen hier hoch. Ich glaube, ich bin von da gekommen. Da geht's hier noch lang. Ah ja. Vielleicht sind das aber auch alles, äh, Versionen von mir selbst. Immer wieder. Vielleicht muss ich diese Hölle immer wieder durchleben. Und das sind alles die Versionen, die es nicht geschafft haben. Auch möglich. Weil die auch alle gleich aussehen. Der Körperbau ist schon, ist schon ähnlich, ne? Wir sind uns schon ähnlich. Wenn ich so an mir runter gucke. Ihr seht alle gleich aus. Menschlich und doch auch außerirdisch. Da liegt auch wieder so eine Kapsel. Noch mehr von diesem roten Zeug. Es scheint jetzt aber wieder was Mechanisches zu sein. Hm. Die Teile aus der Fabrik, wo wir ganz am Anfang waren. Wenn sowas auch immer passiert ist hier. Ich habe meine Waffe auch gar nicht mehr. Okay, ich könnte jetzt hier runter gehen. Uhuhu. Hallo. Oder da hoch. Da geht es nicht weiter. Ich gucke erstmal hier oben. Da ist ja noch so ein Tor. Warte mal. Hier ist aber auch nur die Grütze, die hier rumliegt. Viel weiter kommt man hier auch nicht. Ja, es sieht nur offen aus, ne? Wahnsinn. Das sieht so gut aus. Ich dachte, hier hätte ich was gehört. Ein weiteres Stargate. Sind wir da rausgekommen? War das dieses große Tor, was ich geöffnet habe? Ne, da ging so ein Kabel her. Das war das nicht. Scheint aber ähnliches Design zu haben. Okay. Da würde es lang gehen. Hier geht es definitiv nicht lang. Das ist so eine Art Geländer, ne? Also es sieht schon... Aber guck mal, das scheint auch irgendwie zu... 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 zu fallen. Das ist... Diesen Turm, den wir ganz am Anfang gesehen haben. Der ist auch so... Da sind auch so Partikel von weg geflogen. So, als ob sich diese Welt auch im Auflösen befindet. Es ist definitiv alles am Sterben hier. Es ist so quasi fünf Minuten vor Feierabend alles. Diese komplette... Oh. Warte, das ist der doch, wo wir hingekrabbelt sind, oder? Aus dem Intro, dieser Turm. Ja, der löst sich nämlich auch auf. Was ist das für ein Ort? Oh. Eieieiei. Was sind das für Dinger, die hier... ...in die Richtung fliegen? Sollen wir da hin? Ich will jetzt mal hier beim Turm gucken. Sieht aus wie eine Rakete. Vielleicht ein fremder Planet. Und eine Katastrophe ist geschehen. Und alle haben versucht zu flüchten. Es ist schrecklich schiefgegangen. Och. Ich will da mal runter gucken. Ich glaube aber schon, dass wir in diesen Turm rein müssen. Zumindest war da so eine Art Eingang. Oder hier? Hier sind auch wieder diese Partikel. Wir müssen uns mal ein bisschen umgucken. Aber hier geht es definitiv weiter. Dann gucken wir hier nochmal. Alles löst sich auf. Wie aus einem Traum oder Halbtraum. Könnte aber auch ein großer Schuh sein, ne? Irgendwie so. Na, ich glaube da reinkommen wir nicht, oder? Hier ist wieder diese Röhre. Ne, da können wir nur darin vorbeiziehen. Okay, gehen wir mal hier runter. Dieses Gebäude oder Raumschiff, das hört halt einfach nicht auf. Das hört halt einfach nicht auf. Ja, aber da sind noch Lichter an, ne? Also irgendwas. Irgendwas kann man hier machen. Gehen wir mal zu den Lichtern. Gehen wir mal zu den Lichtern. Gehen wir mal zu den Lichtern. Hier geht es auf jeden Fall rein. Okay. Ich habe jetzt auch keine Leichen mehr gesehen, die hier rumlagen. Keiner hat es so weit geschafft wie wir. Ah, guck mal. Da sind wir doch rausgekommen. Ja. Wir sind jetzt außerhalb. Das ist die Fabrik gewesen. Kommen wir da jetzt wieder rein? Zumindest gibt es einen Weg rein. Hier draußen waren wir, hier drauf. Und haben uns das angeguckt. Hier ist tatsächlich jetzt alles mit diesem Zeug voll. Aber wie sind wir von da dann in diese Kapsel gekommen? Äh, warte mal. Ach so, da bin ich her. Hier geht es nicht weiter. Wir müssen wieder rein in die Fabrik. Unsere Aufgabe ist scheinbar noch nicht erfüllt hier. Was war das? Okay. 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 Liegen wir denn jetzt noch irgendwo da rum? Oder wurden wir wirklich nach draußen gebracht? Fakt ist, wir sind nicht mehr allein hier drin. Irgendwas haben wir geweckt. Das hat gerade jedem Röscher geknurrt. Das hat gerade jedem Röscher geknurrt. Der haut immer gegen die Wand. Was sucht er denn? Da hätten wir auch gar nicht hergekonnt. Ich weiß nicht. Lässt es uns in Ruhe? Hallo? Okay, das mag unsere Gesellschaft nicht. Das schätze ich sehr. Das schätze ichite. Es ist so leicht. Okay, was haben wir hier? So eine Art Herz. Ich habe keine Ahnung, was man hier tun soll. Was können wir hier machen? Nichts. Was können wir hier machen? Ah, da muss was rein. Wir brauchen wieder einen Schlüssel oder eine Waffe oder irgendwie sowas. Na, mal sehen. Okay, zwei Wege. Da ist noch eine Tür. Den Kabeln folgen ist ja eigentlich immer eine gute Idee, aber nee, das war diesmal keine gute Idee. Okay, nee, das war kein Schalter. Dann, äh, hier lang. Oh. Oh. Ah, du hast was in der Hand. Ah, das ist der Schalter. Na, hoffentlich verlieren wir nicht auch den Kopf. Ah, es wird schon irgendwie... Können wir mit dem Schalter... Okay, Richtung... Da runter, da wo es leuchtet oder was? Verlegen. Ah, da vorne. Ah, verstehe. Warte mal. Zack. Ah. Kriege ich damit jetzt die Türen auf? Nee. Habe ich so eine Energiekugel da rausgenommen? Was habe ich da... Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Kann ich da nochmal dran? Nee, also wir haben da irgendwas... So eine Art Kügelchen rausgeholt. Würde ich sagen. Mhm. Okay. Damit müssen wir, denke ich, mal zurück zu diesem Herzen. Folge deinem Herzen. Da. Na, mal sehen. Ah. Okay. 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 So, kommen wir hoch. Okay. Okay. Scheinbar fehlt ja noch irgendwas. Das ist also nur, um dieses Ding zu öffnen. Auf jeder Seite. Gehen wir erst mal hoch. Ah, so können wir... Ah ja. So können wir den Fahrstuhl rufen. Alles klar. Wow. Also, es ist ja wirklich ein Augenschmaus. Also, was Licht und Form angeht. Okay. Junge, ich will dich nicht stören bei dem, was du tust. Aber ich muss ja auch leider her. Leider. Leider, leider. Okay. Okay. Das leuchtet auch rot. Ich habe irgendwie das schlechte Gefühl, dass wir mit diesem Viech noch konfrontiert werden. Früher oder später. Ob wir wollen oder nicht, ne? So, durch die Röhre kommen wir da rein. Und die erste Folge wird jetzt ein bisschen länger als eine Stunde, weil einfach, weil ihr möglicherweise ja auch den ersten Teil schon kanntet. Okay, das... Was haben wir denn hier schon für eine Möglichkeit, ne? Hier können wir Tore auswählen. Drei Stück. Richtung. Oh. Ah. Wir können uns den Weg aussuchen. Oh. Ja, da kommen wir wohl nicht weiter, ne? Dann mal wieder zurück. Dann nehmen wir mal Tor Nummer zwei. Das ist ja total irre hier. Hier geht es zumindest weiter. Und auch hier kann man die Steuerung bewegen. Na, ich würde fast behaupten, das ist mir zu gefährlich. Das machen wir bestimmt nicht. Na gut, wir sind schon mal richtig, ne? Oh Gott, es ist wieder, es ist wieder sehr groß. Hier geht es auch nicht weiter. Hier geht es auch nicht weiter. Nee, stopp. Warte mal. Äh. Hier bin ich hergekommen. Warte, hier bin ich hergekommen. Dann gibt es hier noch einen kleinen Gang. Wir sind auf der anderen Seite von dem Ventilator. Das kriegen wir ihn zum Stoppen. Können wir auf jeden Fall schon mal da durch. Okay. Und kommen dann da hin. Noch was, ich bin nicht hier ... Was für unser Haus haste. Hey! Oh ... Warte, hurtle mich nicht. Oh. 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 Oh, oh. Oh. 0-0-4 Hat sich das Ding gerade mit uns vereint? Oh, wir haben wieder unsere Waffe Unsere Schubswaffe hier Okay Jetzt müssten wir auf jeden Fall ohne Probleme hier durch den Ventilator kommen Äh, und Rechte Seite, linke Seite Ne, da Da kommen wir nicht her Das ist schon der Weg Dann hier durch Oh Ah, warte mal Können wir was aktivieren? Oh, das bewegt sich die ganze Zeit Äh Wir müssen warten, wo wir eindringen können quasi Da Hey Hä? Ne, warte mal Die andere Seite, ne? Das hat auch Klick gesagt Ah ja, jetzt haben wir's Okay Zweite Kugel Hier ist noch wieder ein Aufzug Wo kommen wir denn lang, wenn wir Oh Oh Kommen wir nirgendwo lang Gucken wir nirgendwo lang, wenn wir unten lang gehen Achso, auch nirgendwo Okay Oh Gott Dann müssen wir hierher Dann müssen wir hierher Ah, ein neuer Schlüssel Aha Jetzt sind wir wieder hier Kommen wir mit dem Schlüssel hier rein Wahrscheinlich brauchen wir alle fünf Punkte oder so, ne? Ja, zwei Ne, drei Punkte brauchen wir Dann müssen wir durch das dritte auch Wir brauchen noch einen Punkt Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich den dritten Gang von diesem Schlauchgang gehen Um diesen dritten Punkt in dieser Waffe zu kriegen Oder in diesem Schlüssel Um hier alles freizuschalten Äh, okay Mal sehen Ach, gemütlich Ah, ja Oh Oh Ah Jetzt können wir hier unsere Hand reinstecken Ah Wir müssen den Gang freiräumen Ah, wir sind von da gekommen Und da konnten wir nicht weiter Und da konnten wir nicht weiter Ah, verstehe Verstehe, verstehe, verstehe Ja, das war jetzt nur um den Gang freizuräumen Mit Säure wegätzen, Alter Ah Okay, hier geht's nicht weiter Hier können wir wieder Ah, hier kriegen wir die nächste Ah, verstehe Okay, da müssen wir Das macht immer Klack Okay Okay, da haben wir Da haben wir drei Kugeln Ah, brauchen wir vier Kugeln Ah, ja Da kommen wir mit der vierten natürlich in den letzten Gang Die wir jetzt freigeräumt haben Da war es sogar direkt die richtige Reihenfolge Dass wir erst den, äh, zweiten Gang von rechts nehmen mussten Äh Warte, dann müssen wir jetzt nach Genau, nach da Oh, hier stand der Wagen mit diesen Leichen Oha Oh, was haben wir denn hier? Achso, da kommen wir wieder zurück Alles klar, alles klar, alles klar Dann müsste es hier den letzten Schlüssel geben Das ist anscheinend eine Multiwaffe Ah, guck mal Das ist da, wo wir Wo wir die Maschine vorhin aktiviert haben Wo da das ganze Zeug rauslief Wo man nach draußen kam Man kommt also immer wieder hier in diese Fabrik So, wollen wir mal sehen, ne? Okay Das ist jetzt schwierig Okay 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 Jetzt haben wir den Schlüssel komplett. Alle vier. Wahnsinn. Wahnsinniges Spiel. Okay. Da musste man so ein bisschen jetzt nach Gehör gehen. Weil da hat man es nicht mehr gesehen. Aber ich denke mal, das habt ihr gemerkt. Okay, das heißt, der nächste, den wir nehmen müssten, wäre der ganz links. Da müssten wir dann wieder zurückkommen. Und dann mal sehen, was wir bei diesem komischen Herzen machen können. Und hier ist ja immer noch diese komische, ja, Muschel oder was? Sieht zumindest so aus. Keine Ahnung. Aha. Okay. Ah, verstehe. Ah, wir müssen uns quasi einen Schlüssel zurechtbiegen. Okay, warte mal. Der muss... Ach du Scheiße. 1, 2... 1, 2... Der geht da nicht weiter Warum der geht da nicht weiter Oh Gott Oh Gott Da muss man mal so richtig um zwei Ecken denken hier Warte mal Wir haben hier den längsten Zwei Mit dem Das muss genau andersrum Das muss eigentlich genau andersrum Also warte mal Wie muss die Form aussehen Wir müssen das quasi Doch das war Das war Das war's. So. Ja. Da musste man irgendwie, äh, rückwärts denken oder so. Oh, was können wir jetzt machen hier? Können wir dieses eine aktivieren? Ob das so gut ist? Egal. Machen wir mal. Ah, ich glaube... Fünf. Okay. 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 Ich glaube, wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen, mit dem wir durch die Tür können. Ich muss nur mal gerade überlegen, wo die Tür war. Möglicherweise hier. Ah, ja, der Schlüssel passt. Wir haben Zugang zu diesem Schlüssel. Tor mit dem einen Punkt. Die Sonne geht auf, so langsam. Schön. Da kommen wir nicht durch. Ah, eine weitere Tür. Aber ich will erst mal noch gucken, was hier so ist. Ist das ein Arm? Sieht auch aus wie irgendeine Figur. Oder der Panzer davon. Ah, ja. Ein Aufzug. Oh, es geht nach unten. Hätte jetzt gedacht, es geht nach oben. Ah, ja. Das Ding kreilt sich weiter an hier fest. Oh, okay. Und hat dieses Teil hier? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Okay. Okay. Dieses komische Ding, was wir da haben, hat sich jetzt aufgeladen. Gut. Mit Blut oder sowas. Mehr gibt es hier nicht. Okay, gut. Da jetzt schon die Zeit mächtig vorangeschritten ist, würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal hier weiter und erkunden diese bizarre Welt weiter. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Hey, ich bin Ciao. Willkommen zurück zu Scorn. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es hier so weitergeht. Wir haben immer so dieses komische Blutding hier. Und dieses Viech klemmt an uns, umschlingt uns und drückt seinen einen Arm in unsere Bauchhöhle rein. Ich sehe gerade, das Viech hat ja auch einen Schlüssel an seinem Arm. Was ist denn der Hugo? Na, mal gucken. Okay, hier gibt es wieder Mauern. Hier sieht es jetzt nicht wieder ganz so organisch aus. Weil wir uns... Oh. Was ist das jetzt? Ich habe kein Gamepad. Hä? Äh, okay. Das heißt, hier geht irgendwie der Tempel in den Berg rein. Was heißt Tempel? Der... Die Fabrik... Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf Tempel komme. Keine Ahnung. Vielleicht, weil sowas im Berg immer ein Tempel ist oder so? Weil irgendwie scheint das ja verbunden zu sein, ne? Okay. Hier kommen wir auch rein. Okay. Oh Gott, ist das ein Auge? Das sieht ja riesig aus. Warte mal, muss ich mal... Ich weiß übrigens, ähm... Leider versaut der YouTube-Encoder das gesamte Bild. Durch den ganzen Nebel und die Partikel, die hier rumfliegen und so. Das ist alles nur noch Matsche. Das tut mir sehr leid, aber... Da kann ich auch nichts mehr machen. Ich habe den ersten Part wirklich in einer super Qualität hochgeladen. Äh, die erste Folge hatte 100 Gigabyte ungefähr. Äh, im Upload. Und was YouTube daraus gemacht hat, waren 6 Gigabyte. Letztendlich. Also hat es auf 6 Gigabyte quasi komprimiert. Und... 95% weg, ne? Das kannst du ja auch echt schenken. Also ist echt schade, dass man hier halt nicht wirklich so... So hohe Auflösung wirklich grafisch auch, ähm... Ja, rüberbringen kann, dass dann halt alles Matsche wird. Aber ja gut. Äh, es gibt ja keine Alternative. Was können wir da schon machen, ne? Selber hosten vielleicht, aber... Na gut. Wenn ihr es in der ganzen Pracht sehen wollt, dann schätze ich mal, sie müsst ihr das Spiel kaufen. Hätte auch wieder Werbung gemacht. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da in diesen Raum, äh, kommen mit dem Auge oder was das sein soll. Hallo? Es kommt mir ein bisschen bekannt vor gerade hier, diese, diese Stelle. Hey, sie sieht so ähnlich aus wie... Oh, wir sind hierher... Warte mal. Warte mal. Wir sind hierher gegangen, oder? Ist das nicht vom Anfang? Ja klar, das ist vom Anfang. Warte mal. Das ist der Anfangsbereich. Das ist wieder die Halle, wo Hugo war. Aber es ist alles eingestürzt. Ne? Die Tür war zu und dann sind wir da her und es ist alles... Ah! Ja klar. Da an der Stelle, wo wir runtergefallen sind, ganz am Anfang, in der ersten Folge. Da war ja auch eine Tür, wo wir nicht durchgekommen sind. Aber jetzt haben wir ja einen Schlüssel. Ah, das ist cool. Ich habe mich schon gefragt, ob man da vielleicht zurückkommt. Weil hier dran habe ich es erkannt, an diesem komischen Ding. Es sieht irgendwie nicht mehr so... Es sieht viel staubiger aus hier, als ob das jetzt schon wieder 100 Jahre her ist. Hm. Also, was könnte es... Was könnte es sein? Ist dieser ganze Ort zeitlos? Hier ist die Stelle. Ist die das? Ja, genau. Hier ist die Stelle, wo wir runtergefallen sind. Da sind wir runtergefallen. Und hier rein. Und hier haben wir quasi gestartet. Und hier können wir jetzt rein. Weil wir jetzt den Schlüssel dafür haben. Oder diese Fernbedienung. Was das ist? Oh, ein Aufzug. Okay. Okay. Ich habe gesehen, als dieses Vieh hier, was seine Hände in uns hat. Als ich das nochmal so neu positioniert habe, ist hier oben diese Leiste, ist ein Balken runtergegangen. Ich weiß nicht, ob das unsere Gesundheit sein soll. Oder ob wir einfach Gesundheit verlieren, je weiter wir in diesen Wahnsinn reinschreiten. Keine Ahnung. Okay. Das Level erinnert mich jetzt ein bisschen an die Kickstarter-Demo von 2017. Nur so ein bisschen so. Möglicherweise ist das dieser Teil. Aber vielleicht irre ich mich auch. Hier sind wieder diese roten Nabelschnüre oder wie auch immer man das nennen kann. Diese Auswuchs. Diese Krebsgeschwüre. Falls es ein Organismus ist, wäre das hier vielleicht dieser Krankheitsbefall. Ja, sieht wirklich aus wie ein Gesicht, ne? Wenn man mal guckt. Was war das? Es sah aus wie Fische. Und so wie sich das bewegt, sieht es aus wie Unterwasser. Eine große Brücke. Da ist eine Art Gondel. Keine Ahnung, ob das Tiere sind oder Augen. Irgendwas, was hier halt hängt. Okay. Ich schätze mal, wir müssen da irgendwo hin. Möglicherweise kommen wir da hin. Es ging aber auch noch einen Weg in die andere Richtung. Den würde ich mir auch erstmal angucken. Ich glaube, eine Tür gab es auch noch. Direkt geradeaus durch. Oder hier lang. Ah. Da brauchen wir den Zugang mit zwei Punkten. Wir haben nur den einer Zugang. Okay. Das heißt, hier wird es noch wahrscheinlich irgendwann weiter gehen. Gehen wir mal hier lang. Diese komischen Dinge ergeben halt auch gar keinen Sinn. Dass die so beleuchtet sind oder so. Dass das alles so imposant gebaut ist. Kommen wir hier unten vielleicht zur Gondel? Ich habe ein bisschen Angst, dass diese bewegenden Dinger irgendwie einen angreifen. Okay, hier sind riesige Ventilatoren. Der scheint mal runtergefallen zu sein. Hier sitzt noch einer drin. Da unten scheint wieder ein Terminal zu sein. Ob wir da hinkommen? Keine Ahnung. Hier ist wieder irgendwas. Okay. Das können wir benutzen. Ah, das funktioniert nicht. Oh, wir können es upgraden. Ah. So können wir den Schlüssel umstecken. Alles klar. Dann kommen wir da hinten bei der Tür rein. Ich gehe trotzdem nochmal hier weiter. Da geht es dann da hoch. Das ist wahrscheinlich der andere Weg. Das heißt, nach links kommen wir wieder zur Übersicht. Okay. Das ist einfach nur ein Kreis. Okay. Recht, recht überall sichtlich bisher. Gucken wir, wie wir da durchkommen. Okay. Ich schätze, soll uns die Funktionsweise des Schlüssels erklärt werden. Oh. Der erste Gegner, oder was? Ja, verpiss dich besser, ne? Ich habe keinen Bock auf Kämpfen hier. Ich bin friedliebend. Ich will einfach nur meinen Weg hier durchfinden. Ah, da ist dieser Terminal. Sieht ein bisschen aus wie ein Phallus. Was können wir da denn machen? Ach so, unser Ding reinstecken. Ah ja. Oh, 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 das tut weh. Ja, wir sind unten. Wir waren gerade eben oben und haben hier runter geguckt. Warte mal, das andere Tor muss doch dann auch hier liegen, oder? Oder kommen wir dann da rein, wo wir das gesehen haben? Also, die Details in dem Game sind wirklich atemberaubend. Ja, da sind wir, da oben waren. Wir haben hier reingeguckt und da ist dieses, dieser Ventilatoren-Schacht, den wir da gefunden haben. Können wir den damit aktivieren? Ich höre wieder was. Das ist auch so ein Tier, oder? Okay. Mal gucken, was passiert, wenn wir hier das Ding aktivieren. Ah, da kommen wir oben dann durch. Schätze ich mal, oder? Oh. Hallo? Oh, nee, 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 nee. Komm, wir lassen uns schön in Ruhe, ja? Aua. Kannst du mich verarschen? Oha. Okay. Kann ja so wieder zumachen. Aha, okay. Ja, wir hätten es nicht töten müssen. Wie auch direkt das Blut hier an der Waffe klebt. Okay, lass mal überlegen. Wir müssen hier, glaube ich, lang. Jetzt kommen wir hier nicht mehr durch, weil wir dieses Teil bewegt haben. Ah, müssen wir uns dann wieder umstellen? Wir müssen hier oben rumkommen, oder haben wir noch einen anderen Weg? Vielleicht können wir auch noch durch den anderen Weg. Ansonsten müssen wir nochmal zurück und das erste Tor verschieben. vielleicht können wir jetzt auch da lang. Ich guck mal hier. Hier sind noch mehr von diesen Wesen. Die hängen ja alle dran. Ja, können wir aber nix machen. Okay, okay, okay. Genau, jetzt kommt man hier durch. Die hängen ja überall in der Wand. Ich hoffe, die lösen sich nicht. Hier ist die Gondel auf jeden Fall. Was auch immer das ist. So, da standen wir gerade oben, haben diese Gondel von hier gesehen. Auf der anderen Seite ist auch noch eine Gondel. Hier oben ist dieses Zeug. Können wir da eintreten überhaupt? Nee, irgendwie nicht. Ich schätze mal, sie muss noch ein Stück vorfahren. Okay, da unten ist auch noch eine Bedienkonsole. Ach, vielleicht hebt die uns nach unten. Und nicht nach drüben. Okay, ich guck erstmal, was hier so ist. Einfach nur zu. Okay, na, gucken wir mal. Hallo. Hallo. Oh nein. Das Viech greift wieder in uns rein. Ich frage mich, was passiert, wenn das, wenn es runter geht. Können wir uns auch irgendwie heilen? Oh, oh, oh. Oh. Wohin? Wohin? Hierhin. Oh, oh, okay. Ah. Nee, hier sind wir doch raus. Hier sind wir rausgekommen. Müssen wir auf die andere Seite. Okay, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Fahr mal weiter. Okay, es fährt automatisch, solange wie man... ...hier drin bleibt. Oh Gott, ich will jetzt raus hier. Vielen Dank. Okay, dann wartet das aber auch. Hier können wir nicht raus. Da ist auch eine Konsole. Das Ding funktioniert nicht mehr. Was können wir hier mit aktivieren? Oha. Oha. Ah, wir haben den Weg freigeräumt. Überall hängen diese Dinger dran. Ich will ja nicht runterfallen. Mal runtergucken. Kann dieses Ding eigentlich auch irgendwas machen? Ah. Ah, wir können... Ah, das ist so eine Art... Ah, wir können uns... Ah, wir können unser Blut... Oh. Wieso kann ich den ja nicht erledigen hier? Okay, damit kann ich definitiv... ...mein Blut wieder aufladen. Okay. Das soll erstmal reichen. Verstehe, verstehe. Aber diese Viecher, die sind schwierig. Also besser aus dem Weg gehen. Ah, der Außenbalkon. Die hängen hier überall rum. Aber solange die an diesem Gewächs hängen hier... ...ist, glaube ich, alles okay. Da interessieren die sich nicht. Nur wenn die hier frei rumlaufen. Ist das das Mutterschiff? Irre. Einfach nur irre. Jetzt sind wir quasi auf der Spitze... ...unterhalb von diesem Ausguck, wo wir waren. Der will da hin. Boah. Alter. Fuck, ey. Ah, jetzt sind wir doch unten. Die Viecher klettern hier überall rum. Ist das unangenehm. Keine Ahnung, was das hier ist. Aha. Okay. Können wir damit so eine Gondel greifen, vielleicht? Okay. Damit können wir so eine Gondel greifen. Ah, verstehe. Warte mal. Ich schätze, wir müssen die Gondel hier runterholen... ...und auf die Seite. Das heißt, ich muss wieder zurück... ...und muss mit der Gondel... ...auf die andere Seite fahren. Dann können wir diese Gondel greifen... ...und nach unten bringen. Oder so. Obwohl, nee, die ist ja hier. Wie kriege ich sie denn auf... ...auf die Seite? Ah, über diesen Schalter wahrscheinlich. ...stimmt. Nee, das geht nicht. Warum geht das denn nicht? Okay. Dann fahren wir erstmal wieder runter... ...und gucken, was wir da machen können. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen das Ding irgendwie hier rüberschieben. Aber scheinbar war das nicht der Fall. So, gehen wir erstmal hier lang. Kann man da reingucken. Boah, man hört's überall. Diese Viecher. Die können ja jederzeit überall sein. Okay, da ist auch so ein... ...Ding. Was kann man hier machen? Aha. Also scheinbar müssen wir eine Kapsel irgendwie... ...hierhin befördern. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwie da hoch... ...und müssen die da hinkriegen. Okay. Mein Gott, ist das groß. Aber wie kann man da runter? Hier drüber wahrscheinlich. Und dann... Von hier nach rüber. Nach rüber machen, ne? Nach rüber tragen. Okay, können wir auch noch hin. Ich muss das irgendwo in der Decke hängen. Ne, hier kann man gar nichts machen. Okay. Da leuchtet's auch. Ach, warte mal. Das ist eine Kapsel, oder? Huh! Ah, die muss gelöst werden, wie's scheint. Die ist mit diesem Zeug voll. Ah, deswegen funktioniert das nicht. Also müssen wir irgendwie dieses Zeug loswerden. Das ist einfach alles voll. Oh Gott, das wird immer schlimmer hier oben. Ach, du Scheiße. Das ist wie so Ratten. Der Rattenkönig, weißt du? Diese... Die Ratten, die miteinander verwoben sind. Daran erinnert mich das hier. Ach, du Scheiße. Okay, hier ist wieder ein Schalter. Das ist scheinbar auch alles. Mal sehen, was hier passiert. Ah! Okay, und jetzt wieder runter, oder was? Nee. Aber wir wieder runter, oder? Wobei das jetzt nicht geht, würde ich sagen. Oder können wir hier drauf? Auf dieses Glibberzeug... Müssen wir irgendwie runter? Ich glaube, das war nur zum Lösen. Wir müssen es... Ach nee, zurück kann man ja nicht. Der Schalter war gesperrt. Wir müssen irgendwas anderes können hier. Jetzt müsste es noch einen anderen Weg geben. Oha. Alles klar. Alles klar. Es zockt noch. Nee, da kommen wir auf gar keinen... Da geht es auf gar keinen Fall. Hier geht es jetzt lang. Ah, das hat... Ah, das hat den Weg frei gemacht. Da ist das Fisch bestimmt auch hergekommen. Was haben wir hier Schönes? Ach. Ah, okay. Mein Leben kann ich aufladen. Wie viel habe ich noch? Ich muss mal runter gucken. Mehr geht nicht. Okay, okay, okay. Okay, damit kann ich arbeiten. Ah, hier kommen wir zur Kapsel. Ah, ja. Sehr schön. Sehr schön. Äh, möglicherweise können wir da zur Kapsel. Möglicherweise aber auch nicht. Eher nicht. Okay. Na gut. Ah, das Huhn wieder. Scheiße, ey. Jetzt noch zwei. Oh, fuck, ey. Okay. Habe ich einen Self-Point? Was? Das hier wahrscheinlich, oder? Oh, bitte, bitte, lass mich nicht noch mehr machen. Ach, nee. Nicht alles nochmal machen. Wieso? Wieso muss ich alles nochmal machen? Das ist doch scheiße. Das ist doch kacke. Warum machen die denn sowas? Warum muss ich den ganzen Akt nochmal neu machen? Das ist doch richtig Banane. Wenn ich das Spiel verlasse, habe ich doch auch einen Safe-Point. Na gut. Nützt ja nichts. Wir sehen uns dann an der Stelle wieder. Wo ich gerade gestorben bin ungefähr. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder an dieser Aufladestation. Jetzt kann es eigentlich nicht mehr weit sein. Hier ist die Kapsel. Und wie ich gerade gesehen habe, man kann auch versuchen, an diesen Viechern irgendwie vorbeizulaufen. Aber es ist natürlich extrem schwer, wenn es dann gleich zwei sind. Wir sollten also erstmal versuchen, das Huhn irgendwie loszuwerden. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit ich habe, bis diese Kanone funktioniert hier. Also ich müsste das nochmal gucken. Also ob die sich... Okay, zwei Schüsse können wir machen. Dann muss ich sie sich erst wieder aufladen. Okay. Alles klar. Müssen wir auf jeden Fall darauf achten. Dass wir nicht zu viel Leben verbrauchen. Oh, hier hängt auch noch einer. Au. Zwei können wir ihm verpassen. Und dann wieder weg. Und dann wieder hin. Okay. Vier braucht er, glaube ich, insgesamt noch. Scheiße, ey. Wie sieht es denn... Wie sieht es aus? Ja, sollten vielleicht nochmal uns ein Kügelchen gönnen. Was bist du für ein Ding? Ah, das war so klar. Scheiße. Können wir das nicht besiegen? Ha! Alter, was für ein Ding, ey. Können wir da rein? Nein. Da geht es hoch. Okay. Scheiß Huhn. Okay, so langsam wird es jetzt Shooter-mäßig, ne? Zumindest Survival. Ihr wisst schon. Mit Waffen und so. Wobei sich das ja wohl sehr in Grenzen halten soll. Ah, so kriegen wir das höher. Ich verstehe. So kriegen wir jetzt... Komm. Jetzt haben wir die Kapsel hoffentlich da, wo sie hingehört. Oh, ne. Nope. 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 Du kennst mich mal. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Hört mal, hier gab es nur noch einen anderen Weg, oder? Ja, verpiss dich mal. Muss ich dir nichts in dein Gesicht smashen. Hier gibt es aber sonst nichts. Wie komme ich zurück? Wie komme ich zurück? Oder geht es da oben doch weiter? Da kommen wir jetzt hier... Ne, da ist auch zu. Kann ich meine Energy eigentlich nochmal aufladen? Kann ich nicht. Schade. Okay, jetzt habe ich noch drei. Okay. Ich muss ja irgendwie wieder zurückkommen in diese Haupthalle. Das Ding ist ja einfach nur hoch, ne? Aber unten kommen wir ja, glaube ich, nicht mehr zurück, weil das... Weil die Kapsel fehlt, wenn wir nicht her können. Hier, keine Chance wieder zurückzukommen. Ich muss ja da wieder hin. Und da komme ich nicht hin. Also muss es oben... Okay, es muss oben irgendwo weitergehen. Es muss einen anderen Weg geben oben. Hm, kein Zurück mehr. Wie echt doof, dass man sich nur einmal aufladen kann. Gerade, wenn man halt hier diese ganzen Kapitel dann wieder neu machen muss. Den hatte ich doch schon besiegt, oder? Ah, Ragdoll. Alles klar. Da könnte jetzt aber auch wieder ein neuer hier oben sein. Da müssen wir mal aufpassen. Hier kommen wir jetzt auch nicht weiter. Hier kommen wir jetzt auch nicht weiter. Ah, wir müssen noch rum. Das hat uns nicht bemerkt. Das hat uns nicht bemerkt. Ah, hier ist es jetzt. Warte mal. Wir sind jetzt... Ah, wir sind jetzt am oberen Band. Wir müssen das jetzt irgendwie runter befördern. Oder zumindest von hier wieder runter kommen. Das wäre nicht schlecht. Aber guck mal, hier ist auch noch ein Schalter. Hier sind noch mehr Schalter. Holla, holla. Okay. Okay. Oh. Zumindest ist es da hinten jetzt auf, ne? Oh, warte mal. Das Viech, was an uns hängt, ist wirklich penetrant, Alter. Kommt man denn nach unten irgendwo hin? Ja, zumindest da auf die zweite Ebene. Und auf die unterste Ebene, okay. Aber mal gucken, was wir hier oben noch machen können. Es hört ja nicht auf mit Rätseln, ne? Ah, jetzt können wir schießen. Ein Waffenupgrade. Oder nicht? Oh, oh. Ich habe ja keine Munition dafür. Eins, zwei. Wo kriege ich Munition dafür her? Das ist doch scheiße. Wo sie erst mit der Druckluftkanone üben. Na, komm schon. Ich will da weg. Ich will da weg. Nein, bitte nicht. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich... Das ist, wenn ich jetzt weitersage. Vielleicht haben wir ja einen Safe Point. Okay, okay. Oh, gut. Sehr gut. Also, ich kenne diese Waffe aus der Kickstarter-Demo. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Munition dafür. Für diesen Aufsatz. Ist natürlich jetzt blöd, dass da so viele Feinde sind. Vielleicht gibt es die aber auch weiter unten. In den untersten Ebenen. Wir müssen also vielleicht erstmal zurück. Und dann können wir oben wieder clearen oder so. Vielleicht sollten wir uns die Waffe dann aber auch zuletzt holen. Ach ja, jetzt können wir wieder einfallen. Ich habe übrigens gesehen, dass YouTube Gaming dieses Spiel, äh, promotet. Ja? Das ist gut. In dem Sinne von, auch wenn es ekelig ist und alles, kann es eigentlich nicht, äh, gestrikt werden von YouTube. Weil das wäre dann ein bisschen komisch. Au, hau. Au. Scheiße. Okay, wir müssen die Umgebung ein bisschen nutzen. Okay. Ja, komm. Geh mal weg aus der Animation. Wir sind gleich wieder sowas von tot. Wir sind gleich sowas von tot, du. Ich muss mich heilen. Zwei Hühnchen hier sind hier noch. Okay, was haben wir hier? Okay, komm, das mache ich später. Ich muss erst mal die Feine besiegen hier. Hühnchen, Hühnchen. Ah, vielleicht kriegen wir hier Munition. Ah. Da kriegen wir bestimmt die Munition. Warte mal. Das sah so aus. Hier. Aha. Aha. Dann müssen wir uns doch mal mit Von dem das Letzte noch zum Heilen Und er um die Waffe nachzuladen Alles klar, mehr gibt es hier nicht, ne? Jetzt können wir schießen Schön Schön, dass uns das jetzt hilft Okay, was müssen wir hier machen? Ein weiteres Rätsel Okay Okay Mann, Mann, Mann Ah, ein zweiter Hebel Ah, verstehe, verstehe Wo konnten wir den denn noch? Nochmal einsetzen Jetzt fährt das Ding runter Warte mal Aber wo kriegen wir den dritten Hebel? Ah, wahrscheinlich eine Ebene unter Unten drunter, ne? Äh, warte mal Ich muss Rüber Auf die Andere Seite Wo ist das alles? Ah, ach, jetzt kommen wir auf die zweite Ebene Das ergibt natürlich Sinn Das ergibt natürlich Sinn Das macht diese Tore weg Jetzt fällt das wieder runter hier Okay, dann brauchen wir wahrscheinlich noch den dritten Hebel Den gibt es auf der zweiten Ebene So, jetzt wieder vorsichtig sein Ich könnte sonst was rumrennen Boah, siehst du Shit Scheiße Ich kann mich nicht mehr heilen Okay, die verpissen sich wieder Okay, zweites Rätsel Oh Gott Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden Hoffentlich Oh, hier sind drei Ach du Scheiße Jetzt mal hier Ruhe, hoffentlich Vier Schuss habe ich noch Ja, scheiße Okay, also Okay, das ist gut Jetzt brauche ich noch den letzten Okay Ach du, oh ne. Jetzt komm ich nicht an den dran. Hä? Warte mal. Doch. Oh ne. Wie kriege ich den denn jetzt gedreht? Oh, ist das eine Scheiße. Warte, so. Jetzt haben wir es gleich. So. Okay. So, dritter Hebel. Ich hoffe, das war es dann jetzt auch. Okay. Viel Leben habe ich ja nicht mehr. Oh Gott. Gott sei Dank. Blut. Drei Stück. Mehr kriege ich hier nicht. Wie undankbar. Ähm. Ne. Genau, verpiss dich hier. Schön verpissen. Da hinten können wir auch nochmal rüber. Ne, können wir nicht. Das Tor ist zu, oder? Na, ist zu. So, runter können wir nicht, weil hier das noch zu ist. Und da ist das noch zu. Deswegen müssen wir wieder ganz hoch. Den Hebel einsetzen. Oh, ich wollte eigentlich was trinken. Ja. Schlechtes Teil. Machen wir oben. Okay. 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 Okay, lass mal sehen. Dann müssen wir jetzt den... ...letzten Hebel einsetzen. Und kommen dann nach unten. Sehr schön. Da können wir nämlich nach rechts und nach links. Wir haben Zeit. 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 Gucken wir mal zuerst auf der Seite hier. Ah, jetzt sind wir... Ah, wir sind da unten. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, jetzt kriegen wir das Ding da hoch. Ähm, mit diesem Teil, glaube ich. Okay, nee, wir müssen es oben dran machen, ne? Das ist kaputt hier. Da kriegen wir nichts mehr rein. Wir müssen nach oben. Ja, das sieht gut aus. Okay. Hurra! Okay. Ah, krabbelt schon wieder einer her. Kann ja erst wegkrabbeln. Ja, 006. Okay. Mal gucken, wo wir dann hinkommen. Wahrscheinlich nicht nach da. Sondern nach da. Alles nur, um in diesen Bereich zu kommen. Blöd. Gibt es hier noch Blut? Blöd. 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 Da hinten. Was war das? Obwohl, nee, das ist... Ist das Blut oder Munition? Ach, das ist Munition. Munition ist das. Sehr schön. Ah, das ist dieses Ding. Dieses Herz, wo, äh, das Viech rausgekrochen ist. Oh, Entschuldigung. Ja, wir sind immer noch im selben Komplex. Okay, ich weiß nicht, wir könnten da runter, da sieht es aber nicht so einladend aus. Oder hier rüber. Ist auch nicht viel besser. Da hinten ist noch so eine Kugel, wie es scheint. Kommen wir irgendwie hin. Das scheint mal auch ein Herz gewesen zu sein. Okay, wenn hier Herzen sind. Die Herzen von dieser Wucherung. Das ist ja nicht so ein Ding, was schlägt, oder? Hühnchen. Das ist irgendwie witzig, weil dieses Viech, was in uns drin ist, hält ja unsere Munition und unser Lebenszeug. Also irgendwie lebt das von uns und hilft uns auch, aber irgendwie klaut es uns halt auch, äh, Lebensenergie. Wir teilen uns quasi Lebensenergie. Ist wie so ein Anhängsel quasi. Oh, okay. Das scheint hier auch so eine Kugel zu sein. Okay, okay. Da hängt auch noch einer. Und da, ich gehe erstmal hier gucken. Aber hier geht es nicht weiter. Uh, ganz schnell durch. Da ist wieder irgendein Sockel. Ah! So ein zweites Herz, oder was das ist. Okay, was haben wir hier? Ja, da brauche ich erst noch einen... Wer trommelt denn hier? So ein Waffenaufsatz. Den ich woher kriege? Okay, vielleicht muss ich mit diesem Fahrstuhl-Dingens doch runterfahren. Aber hier gibt es nämlich sonst nichts. Also muss ich hier vielleicht... Ja, mal gucken. Nee. Hä? Warte, da brauche ich dieses Teil dafür. Diesen Aufsatz. Ah, ich brauche den anderen Aufsatz dafür. Ah, okay. Ah. Verstehe. So, regeln wir hier ab und gehen, die können hier rein... Okay. Hier ist auch wieder so ein Herz. Das ist aber auch schon abgestorben. Also es gibt mehrere Herzkammern hier. Da ist auch noch eins. Da ist auch noch eins. Das hört gar nicht mal auf. Da krabbelt auch noch einer rum. Oh, oh. Warte mal, hier ist... Nee, hier sind wir ja hergekommen. Lauf doch! Ja, den hätte ich nicht mit dem Hammer niederstrecken können, ey. Oh, 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 okay. So, der kommt von da. Hä? Achso. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Aber hier können wir auch so ein Ding abregeln und kommen dann hier hin. Warte mal, vielleicht ist das nötig. Vielleicht aber auch nicht. Nee, doch, hier ist nichts mehr. Okay. Gut. Gut. Oh, ich hab keine Ahnung. Ich dachte, wir wären in dem Bereich, wo wir den Typen freigelassen haben, in dem Herz. Aber scheinbar ist das doch nicht hier gewesen. Doch, da hinten. Kommen wir da dann wieder hin? Ganz ruhig, Bruder. Ah, hier ist ein Aufzug. Okay, hier ist ein Aufzug. Und ruhig. Tutte nix. Scheinbar sind die glücklich, wenn die hier an dieser roten Dingsbums dran sind. Okay, ich nehme den Aufzug. Hier geht's nix. Nö, doch. Hier. Hier kann man runter. Okay. Mal was aktivieren. Man muss was aktivieren. Ah. Hier ist eine Tür fürs Dreier. Hier brauchen wir eine dritte Kugel. Was aktivieren wir damit? Ah, da kommen wir nach unten durch. Okay. Der rennt jetzt da unten rum. Der rennt jetzt da unten rum. Ich hasse diese Viecher. Jetzt haben wir noch einen Schuss, wa? Äh, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Nee, warte mal. Ist der nicht von da gekommen? Ah, hier. Hier müssen wir jetzt durch. Waren wir schon richtig? Okay. Ah ja. Ah ja. Hier kriegen wir jetzt Stufe 3. Level 3 Assess Card. Und, ah, Munition gibt's auch noch hier. Sehr schön. Gut. Gibt's auch noch Blut? Blut gibt's keins. Wie sieht's aus? Ein Blut haben wir noch. Das restoren wir mal. Gut. Und. Da läuft jetzt so ein großer Bubi rum. Das war so klar, oder? Vielleicht können wir von dem aber auch wegreden. Okay, ich muss wieder auf meinen... Waren müssen wir da vorne rein? Okay. Okay. Ich versuche mal gegenüber zu bleiben und dann da rein, ohne dass der's merkt. Das klappt? Keine Ahnung. Oh, könnte funktionieren. Jetzt sind wir nur schnell irgendwie zum Aufzug. Der müsste... Wo war der? Ähm... Hier. Okay. Gut. Guck mal, haben wir den Kampf vermieden? Muss ja auch nicht immer sein. Ähm... Hier ist die Tür. Hurra! Oh, Blut. Sehr gut. Höchste Zeit. Alles klar. Oha. Es übernimmt mich. Es ergreift Besitz von meinem Körper. Guck mal, wir haben schon so Tentakel und so. Was'n Scheiße. Ich hab' keine Ahnung, wo wir hinfahren jetzt. Okay. Hierhin scheinbar. Gut. Ich weiß nicht, was wir hier sollen, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge... Ach, das ist schon wieder so ein Wurm von der Decke. In der nächsten Folge geht's dann hier weiter. Und, äh, ich weiß gar nicht, wie lang es geht. Man sagt so, irgendwie vier Stunden oder so. Ja, ein bisschen müssten wir dann noch haben, ne? Also, ich hoffe, dass es jetzt nicht kurz vorm Ende ist oder so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Joey. Hey, ich bin Joey. Willkommen zurück zu Scorn. In der letzten Folge sind wir hier durch diese... Oder mit dieser wunderschönen Kugel in einen neuen Bereich gekommen. Und, äh, jetzt müssen wir uns ein bisschen umsehen. Es warten sicherlich wieder Rätsel und Monster. Und, äh, vor allem aber schöne... Schöne, absurde Landschaften auf uns. Und so beim, ähm, beim Schneiden ist mir was aufgefallen. Vor allem bei diesem... Buh, was wir zwischendurch gehört haben. Also dieser, diesen Beat, der ab und wieder kam. Hin und wieder, ab und zu. Auf jeden Fall, ähm, diese ganze Symbolik, die wir halt in dem Spiel sehen, hat mich vor allem an eine Sache erinnert. Nämlich, Geburt und Schwangerschaft und sowas alles. Generell ist ja so Body-Horror-mäßig, ja? Also alles hat irgendwie mit... Alles erinnert an Körperteile, an Innereien, an solche Sachen. Und ich glaube, dass es irgendwie mit Geburt symbolisiert. Auch das Rot hier immer. Das könnte irgendwie so Mutterkuchen-Schleimhaut-mäßig so sein, ne? Generell, was sich so bewegt. Also, das sind so die Sachen, an die mich so das ganze Spiel erinnern, wenn ich das irgendwie zusammenfassen soll. So optisch. Und auch dieses Bum, das könnte halt wie dieser Herzschlag von einem Kind, weißt du? Wenn du das hörst, äh, im Mutterleib. Und, ähm, auch die Sache ganz am Anfang mit Hugo, ne? Ich meine, wir haben jetzt Hugo gerettet, aber in dem Prequel wurde Hugo ja quasi ausgeschabt, wie so eine Fehlgeburt. Also ist vielleicht jetzt ein bisschen hart, wie ich das so sage, aber diese, diese, diese Symbolik erinnert mich halt daran. Nicht das, was man wirklich sieht, sondern symbolisch gesehen. Alles in Kombination zusammen. So meine ich das. Ja, wir gehen mal weiter. Wir müssen diesen Schwenkhahn, wow, scheiße, der kann ja, stimmt, ich hab das vergessen. Der Schwenkhahn kann uns ja anrotzen. Das hab ich, hab ich ganz vergessen. Okay, wir sollten vielleicht auch ein bisschen Blut zu uns nehmen. Achso, und auch dieses Ding hier, was in unserem Bauch ist, ne? Parasit. Quasi wie ein Parasit, der sich an uns klammert und von uns lebt. Im Prinzip, krass ausgedrückt, sind Babys das ja auch. Sie leben von der Mutter, sie leben in der Mutter und auch wenn sie größer werden, bewegen sie sich, verursachen vielleicht Schmerzen, verursachen andere Probleme. Also so in, in dem Sinne meine ich das. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, was ihr von der Theorie haltet. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie es hier weitergeht und, ähm, ob wir noch mehr von dieser Art Symbolik sehen werden. Und ich weiß gar nicht, wie viel Schuss hab ich denn noch, gar nicht mehr so viele, ne? Was fliegt denn da rum? Das würde natürlich auch, dieses Skelett, das ist halt wie ein Skelett, ne? Und da wächst halt dieses blutig-fleischige drin, ne? Deswegen, ich sag mal, ein Körper von innen würde wahrscheinlich auch so aussehen, ne? Wenn du in einem Körper drin bist, dann siehst du vielleicht das Skelett und aber auch hier diese, die Haut und die Auswüchse und so. Boah, ich hasse diese Viecher, die einfach irgendwo hochklettern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich geh einfach mal weiter. So, rechts, links, keine Ahnung. Das sieht nicht sehr einladend aus. Hier ist auf jeden Fall mächtig was los. Oh, die Geräusche. Oh, die Geräusche. Wo muss ich hin? Gibt's hier Munde? Der kam plötzlich, wa? Ich bin, glaub ich, dahergekommen. Hier rechts kann man noch hin. Ah, hier ist auch noch wieder so ein Würfel. Ein Reise-Würfel. Eine Reise-Kugel. Oh Gott, ey. Er ist zu groß. Au! Ah! Noch ein Reise-Würfel. Kannst du natürlich auch die Eizelle symbolisieren, ne? Wenn wir wieder bei Geburt sind. Ah ja, guck mal. Da kann man scheinbar reingehen. Oh, was ist das? Was ist das groß hier? Da hinten rennt auch noch einer rum. Okay. Dann kommt man daher. Ich will nochmal in die andere Richtung gehen. Da, wo wir gerade das Viech bekämpft haben. Ach, nö. Komm, nehmen wir mal den Hammer für. Spuckt der auch was? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Weil so viel Munde haben wir hier gar nicht mehr. Was war? Ich weiß gar nicht, was das war. War das das große Hundi? Ich weiß gar nicht, wo wir ihn fertig gemacht haben. Hier kam er auf jeden Fall entgegen irgendwo. Hier muss es doch mal Munition geben oder sowas. Weil es sieht aus wie eine Wirbelsäule auch. Okay, da kann man scheinbar hin. Hier ist Ende. Vielleicht kann man so in den hinteren Bereich. Ach, ist ein Aufzug. Okay, hier haben wir einen Aufzug. Dann doch noch mal in die andere Richtung. Aber vielleicht kann man auch auf beiden Seiten mit dem Aufzug hoch. Oder gehen wir direkt hoch? Aber vielleicht gehen wir besser doch hoch. Können wir noch mal zurückgehen, wenn wir doch da falsch sind. Aber meine Intuition hat mich jetzt irgendwie hierhin geführt. Mal sehen. Oh, es geht runter. Geht's runter? Es geht sehr tief. Sehr tief runter. Zumindest sind hier keine Wucherungen mehr. Ja, okay. 007. Okay, dann warte. Dann will ich doch zurückgehen. Und noch mal in die andere Richtung. Weil da gab es definitiv noch einen Gang oder so. Nicht, dass es da Munition gab oder so. Ich kann nicht mehr zurück. Okay, kein Zurück mehr. Ach, okay. Vielleicht wäre da aber auch nur ein Aufzug gewesen. Nein, hier sind auch die Wucherungen. Hier wird's nicht besser. Oh, da hängt wieder so ein Ding. Ah. Mensch. Braucht nicht daneben schießen. Was ein Scheiß. Hallo. Okay, da geht's lang. Hier geht's hoch. Ah, da oben ist wieder irgendein... Oh. Okay. Hallo. Guck, er hat nämlich auch so einen Bauch wie so eine Schwangere oder was auch immer das... Muss ich hier irgendwas tun? Bist du die Mutter? Ich geh mal da oben hin. Wenn es jetzt so eine Art Bossfight wird, ich hab keine Ahnung, was ich hier tun soll. Da rennt auch ein Hund rum. Hallo. Hallo. Oh. 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 Hallo. Mama. Äh, okay. Was können wir machen? Verwenden. Oh. Ähm. Hab ich das tatsächlich noch erwischt, ey? Die sind um. Das ist so krank, ey. Das ist so krank. Okay. Oh. So eine Art Raumschiff? Was müssen wir hier machen? Das ist wieder ein... So eine Art Rätsel oder so. Warte mal. Ah, wir müssen... Alle drei Richtungen müssen die drei Dinger irgendwie hoch machen. Oder was? Da sind wir her. Hier kann man auch lang. Sehe ich das richtig? Warte mal. Ja. Da sind wir her. Äh. Das guckt mich einfach nur an. Ah. Jetzt ist der Hund hier, glaube ich. Wir müssen irgendwie durch die anderen Kammern hier. Oh, nö. Okay. Okay, es geht wieder. Ah, da ist auch noch ein Huhn. Huch. Huch. Alles klar, Bro. Ah, das kannst du doch komplett vergessen hier. Ich hab nicht mehr genug Munne. Genau, geh du da rein. Ich flitz jetzt einfach hier durch. Okay, hier geht's hoch. Wie viel Blut habe ich noch? Komm. Zieh's dir rein. Besser wird's heute nicht. Okay. Irgendwie müssen wir wieder zurück hier, ne? Ah, hier. Blut. Hallo. Hallöchen. Lass mal ein Blut tanken. Drei Stück, ey. Das wird auch immer weniger. Was haben wir hier? Ach, das ist der andere Eingang. Das wird mir aber gar nicht gefallen, hä? Das ist schon sehr... Boah. Sehr special. Ah, hier ist ne Tür. Dann müssen wir wahrscheinlich irgendwann durch. Oh. Ich... ... Ah. Ich hasse dich. Okay, hier können wir nichts weiter tun. Wir brauchen vier Punkte. Das heißt, wir brauchen einen weiteren Punkt. Aber dazu müssen wir wahrscheinlich erstmal bei der Mama vorbeischauen. Wie kommen wir jetzt durch diesen zweiten Eingang rein hier? Das muss ich wieder zurück. Ich weiß es nicht. Ah, hier wahrscheinlich, ne? Boah, es ist da hier? Hier, glaube ich. Ne, hier bin ich hergekommen. Warte mal, hier bin ich hergekommen. Hier bin ich hergekommen. Dann bin ich direkt rechts hoch. Links können wir noch gehen. Und darunter in der Mitte. Oh Gott, ist das groß hier. Ne, das haben wir gemacht. Ich war links. Links, rechts dann noch. Rechts rum. Oder kommt man da wieder zur selben ... Guck mal, einfach nur von der anderen Seite. Ne, rechts rum ist gar nichts. Guck mal, nicht weiter. Oder geradeaus durch. Aber da kann es natürlich sein. Guck mal hier, wie hoch? Ich... Ach, du schon wieder. Ach, du schon wieder. Wie soll ich denn da hinkommen? Verwenden. Ende. Was ergibt denn das für einen Sinn? Muss ich da erst was einsetzen? Wahrscheinlich müssen die anderen Dinger da noch hoch. Wir sind noch nicht durch. Da kommen wir auch nicht durch. Hier gibt es noch. Was gibt es hier? Eine Waffe! Ist das ein Waffen-Upgrade? Oha, okay. Und hier Munition? Ah, große und kleine Munition. Ah, ja. Ich liebe dieses Teil. Okay, was macht die? Eins, zwei, drei. Drei große. Okay. Können wir die noch nachladen? Und weiter geht die Reise. Ich habe mich schon komplett verlaufen hier. Versuchen wir mal die große. Komm näher. Zwei Schuss. Und der ist Geschichte. Nice one. Okay, was haben wir hier? Was haben wir hier? Da, Schlüssel. Nein. Hochfahren. Okay. Ach, komm schon. Das ist doch kacke. Ist das wieder alles normal machen? Ich muss wohl weiter drücken als Stadtspiel laden. Aber ich weiß nicht, ob das so viel besser ist, ob wir da einen besseren Save-Point haben. Ja, doch. Zumindest als ich die Waffe gekriegt habe. Okay. Ah, müssen wir... Ja, komm. Was haben wir denn auch schon für eine Chance, ne? Nein, zwei. Und nochmal nachladen. Dann gehen wir wieder auf drei. Und dann kommt das große Hundi, nicht wahr? Da ist er ja. Okay, vier Schuss noch. Was ist das denn? Achso, damit können wir den Aufzug rufen. Wo geht's hoch? Hier geht's hoch. Oh. Okay. Ihr könnt mich mal. Er zuckt noch. Okay, wir müssen irgendwie in Mamas Bauch kommen. Auf die andere Seite, ne? Kann ja nicht so schwer sein. Kann ja nicht so schwer sein. Kann ja nicht so schwer sein. Noch ein Hund. Hey, Hundi. Ja, hier bin ich. Ja, komm her. Oh oh. Oh oh. Oh, ey. Okay, es ist doch schwer. Es ist alles verdammt schwer, finde ich. Dafür, dass es eigentlich ein Puzzle-Game sein sollte. Oh, hier ist auch so eine Scheiß-Tür. Oh. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das ist blöd. Die Feinde können ja immer wieder kommen. Okay, was sind wir hier? Nein, ist das der Schlüssel? Es ist der Schlüssel. Ich dachte, den kriegen wir ganz zum Schluss. Okay. So, dann können wir hier auf jeden Fall aufmachen. Wo auch immer wir hinkommen. Aber ich glaube, es gab noch mindestens zwei andere Türen. Vielleicht ist es aber auch einfach von der anderen Seite. Es sieht fast so aus. Oder? Ich bin so verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe komplett. Aber wir sind hier. Es gab doch nur eine Tür. Das war von der anderen Seite, glaube ich. Kann das sein? Hier geht es noch hoch. Ne, da war der Schlüssel, ne? Da war der Schlüssel. Hier gab es nichts mehr. Ich weiß nicht. Können wir hier runter? Noch ein Aufzug. Nach unten vielleicht? Ne, da sind wir hochgekommen. Hier sind wir hochgekommen. Dann können wir noch nach... Aber rechts war auch nichts, ne? Ne, rechts. Hä? Da war ja noch eine Tür. Auch nicht. Okay, ich bin komplett verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich müssen wir wieder zurück auf die Plattform. Nach ganz unten. Oder gab es unten noch einen Schlüssel? Äh, eine Tür für den Schlüssel? Wir müssen auf jeden Fall irgendwie in die Mama rein. Da ist noch eine Tür. Heureka. Heureka. Und noch ein Aufzug. Und... Noch ein Schloss. Schlüssel. Schlüssel. Aha. Soweit, so gut. Mal sehen, was hier hinten noch ist. Ein Hund, natürlich. Aber hier gibt es Munne, oder? Ne, Leben. Auch gut. Und noch ein Aufzug. Wieder runter. Aber ich gehe erst mal den anderen Weg. Den, den ich mir freigemacht habe hier. Okay. Das kriegen wir auch auf. Gut, gut. 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 Mal gucken, was hier ist. Ach, hier ist wieder das Rätsel. Äh, okay. Aber eine Ebene höher kommen wir auch noch. Und hier? Da sind wir hergekommen. Guck mal dahin, wo ich gerade aufgemacht habe. Aber irgendwie muss man ja in dieses Wesen kommen. Hier. Okay, das muss es sein. Ah, ja. Ich denke mal, wir müssen alle drei von diesen Dingern nach oben kriegen und dann irgendwie das Rätsel lösen. Wie auch immer. Und jetzt noch auf die andere Seite. Mit mir nicht, mein Freund. Jetzt auch nicht. Hier kommt es nicht weiter. Ey, wie kommen wir denn auf die andere Seite? Es muss ja noch eine Möglichkeit geben, da irgendwie weiterzukommen. Hier oben vielleicht? Hier noch irgendwie drüber. Da kommen noch eine Ebene höher. Okay, das ist schon mal nicht. Und die andere Seite? Kann man nicht hier drüber. Das ist definitiv das verwirrendste Level bisher. Aber wir hatten hier noch einen Fahrstuhl, den wir... Oder? Ach nee, Huhn. Hier hinten war noch ein Fahrstuhl. Also den können wir noch ausprobieren. Ah, es geht hoch. Jo, okay. Bisschen Munition wäre ja nicht schlecht. Boah, da hinten ist wieder ein Huhn. Aha. Und hier haben wir den dritten Eingang. Ah, das könnte man jetzt auch wieder mit Wehenschmerzen oder sowas vergleichen. Ich weiß es nicht. Findet sie gar nicht gut. Aber sie macht nichts. Was soll sie auch tun? Nein, ich habe keine Munition mehr. Verdammte Scheiße. Toll. Toll. Jawohl. Oh, wie ich diese Fische hasse. Boah. Guck mal, wie unsere Arme aussehen. Dieses Ding hat uns schon halb übernommen, ey. Irgendwie müssen wir in diesen Bauch kommen. Was ist das? Munition. Sehr gut. Und die laden nochmal direkt nach. Und gehen nochmal wieder auf die zwei. Okay, hierher kommen wir jetzt nicht. Wie komme ich da rein jetzt auf die dritte Stelle? Das kann doch nicht so schwer sein. Oh, nee. Wo kommt der denn her? Wo kam der denn her? Da war doch nix. Kam der hier raus oder was? Boah, wie fies. Nein, Stopp 2 brauche ich. Okay, wie kommen wir jetzt unten rein in den Leib? Wahrscheinlich wieder nach ganz unten, ne? Ja, man kommt ja nur über die unterste Ebene da rein. Das heißt, wir müssen wieder runter. Oh, Gott. Oh, fuck. Keine Munition mehr. Das ist... Komm, lad nach. Nein. Das ist definitiv Absicht. Haben wir bei der noch was? Okay, hoch, runter, runter. Wahrscheinlich runter. Dadurch. Wir müssen runter, würde ich sagen. Okay, wo ist der? Hier haben wir eins. Da haben wir eins. Und da, also noch einen runter. Hier ist der Eingang. Wie kommen wir denn auf die Seite? Äh, nee. Auf jeden Fall auf dieser Ebene. Und dann links. Also hier irgendwo. Hier irgendwo. Hier. Okay. Gut. Dann direkt zurück. Und dann mal gucken, ob wir das Rätsel... Äh, Lösungen lösen kann. Nein, ob wir das Rätsel lösen können. So, wo war das? Hier irgendwo. Aber... Einen unter mir. Ich muss einen noch... Ich muss einen runter eigentlich. Ah, hier. Okay. So. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das... Verwenden. Richtung. Ich verstehe. Okay. Okay. Ah. mal eben seine Bontanen Okay Hebt sie ab. Das Ding fährt hoch, ne? Ich glaube, Mama hat das nicht überlebt, wenn ich mir das so angucke, okay? Ja, das war so eine Art Fahrstuhl, würde ich sagen. Okay. 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 Kann ich die Sauerei auch von oben sehen? Okay. Nicht so ganz, ne? Jetzt sind wir wieder am Wüstenplanet, hier sind tausend Rohre. Das sieht aus wie ein Bahnhofstadt. Jetzt. Ah. Okay. 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 Ja, es ist ein Zug, wa? Es ist irgendwie ein Zug. Nice! Zugfahrt in den Spielen immer gut. Seit Half-Life freut man sich, wenn man sowas sieht, ne? Okay, Wahnsinn. Also... Es steckt natürlich mehr dahinter wahrscheinlich als dieses Synonym für Geburt und sowas alles. Es ist ja auch irgendwie ein Alien-mäßiges Spiel auf einem komischen Planeten oder sonst irgendwie was, wo mal anscheinend Zivilisation war. Ich meine bei diesen riesigen Schienensystemen und was weiß ich nicht was. Oh Gott. Wow. Hier gibt es sogar Wolken, guck mal. Also es ist schon ein Planet, ne? Also es war definitiv eine Zivilisation hier. Aber die ist anscheinend schon lange nicht mehr da. 008. Oh Gott. Äh... Hier? Kann man da auch noch raus? Anscheinendlich. Okay, da geht es hoch. Hier geht es nochmal rum. Oha! Sehr lustvoll. Sehr lustvoll. Verstehst du? Äh, wie ein Lustgar hier, ne? Oha! Ja, ich seh's schon. Okay. Okay. Würde natürlich, ne? Wenn du dir das hier anguckst, ne? Hahaha. Da hat das nicht nur was mit Geburt zu tun, sondern auch mit Zeugung. Das ist... Da hat die Gesichter... Da hat auf jeden Fall die Gesichter von diesen Figuren, die hier so rumlagen. Okay, da geht's auch... Oh Gott, ist das wieder groß hier. Aber die Zivilisation ist untergegangen, wie man sieht. Trotzdem können wir da irgendwie hoch. Oh! Guck mal da! Was haben wir denn da? Die Schwangere! Ne? Schwangerschaft! Okay, da können wir irgendwie hin. Da konnten wir hier links durch. Ich geh trotzdem erstmal hier hoch. Hier, ne? Auch... Wahnsinn! Wahnsinn! Episch! Ganz anders vom Design als das, was wir bisher gesehen haben. Guck mal da drauf schießen. Ich will jetzt keine Munition vergeuden. Da sind wieder diese Blumen, ne? Wo auch dieses eine Wesen rausgekrochen ist, was dann aber letztendlich gestorben ist. Ah, hier ist ein großes Tor. Und ein Schalter. Da kommen wir so leicht nicht hin. Das heißt, wir müssen in den Haupteingang rein. Wunderbar! Also vom künstlerischen Aspekt her einzigartig. Das muss eine Arbeit gewesen sein, dieses Ding hier zu bauen. Diesen Palast. Das ist verdammt creepy irgendwie. Sehr, sehr, sehr creepy. Eine Wendeltreppe ins Nichts. Und eine Wendeltreppe, die funktioniert. Das ist schon fast wie ein... Nicht nur wie ein Palast, das ist eigentlich schon fast wie eine Kathedrale. Wie ein heiliger Ort, der aber auch von diesem Schleim hier überzogen ist, oder diesen Parasiten. Ja, ein bisschen aus wie Cthulhu hier mit den Flügeln. Die haben auch diese Dinger hier, ne? Diese... Im Bauch. Okay, da geht's noch weiter. Wie... Wie kommt man denn... Verdammt. Müssen wir erstmal... Kann man hier an diesen Wesen was machen? Ist das echt... Wie... Das sind Leute, die da festhängen. Und dieses Ding wächst aus deren Köpfen. Bewohner? Ich kann's nicht sehen. Wie kommen wir denn hier hin? Wie... Okay... Ich hab keine Ahnung. Wir müssen irgendwie dahin, würde ich sagen Hierher Komische Wesen, die menschliche Wesen irgendwie übernehmen Hier, wie dieser Parasit, der uns in den Bauch greift Der uns übernimmt Aber auch hier kommen wir nicht dahin Ist das dieser Parasit, der von diesen Menschen lebt? Vielleicht von den ehemaligen Bewohnern dieses Planeten? Okay, scheinbar ist der einzige Weg, wo es weitergeht, hier lang Da unten liegt auch ein Wesen, das scheinbar schwanger ist Ach du Scheiße, ey Hier geht es auch noch weiter runter Okay Was war das jetzt, was wir da rausgezogen haben? Du könntest aber auch wieder reinmachen Müssen wir das vielleicht auffüllen? Irgendwas redet hier aber auch Ist der andere Turm, der kaputt ist Also Wendeltreppe Okay Oh Gott So, man kann noch weiter runter Oder man kann hier lang Ich gehe mal weiter runter Das sieht aus wie eine Falltür Oh, hier gibt es das Was gibt es hier? Munition Blut Was auch immer das ist Wir können es nicht Benutzen Was haben wir hier? Hier gibt es Blut, ne? Oh, nee Schlüssel Oder irgendwie sowas Ich weiß nicht, was wir da gekriegt haben Können wir das Teil jetzt benutzen? Das sieht aus wie so ein Zweiter Körper, wo man reinsteigen kann Oder so Ach du Scheiße, ey Okay, mehr kann man hier nicht machen Ähm, dann gehen wir mal da lang Das ist eine Art Schlüssel Ah, hier ist jetzt aber auch zu Okay, okay Das ist so wunderschön Oh, sind das Beine? Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Oh, Munition, okay Das ist schlecht Blut Oh, Munition, okay Da ist so ein drittes Ei. Können wir die irgendwie nehmen? Oh, okay. Scheinbar müssen wir die zusammenbringen, ne? Oder irgendwie da hin oder... Oh, wahrscheinlich hier rein. Was zum Teufel? Es ist ein Baby, hm? Jetzt sehe ich es auch. Oder ein Kopf oder so. Muss wahrscheinlich da rein. Müssen wir gegen das Vieh kämpfen? Fuck. Braucht er noch Arme und Beine? Oh, warte, er braucht Arme und Beine Beine sind ja genug, ne? Hä? Okay, das können wir irgendwie aufmachen Ich versteh's nicht Ah, zurück kommt man ja auch nicht mehr, ne? Das machen wir mit dem zweiten Teil Okay, warte mal, das war Blut Hm Okay Ich versteh's nicht Ich geh's mal zurück Aber wir kamen da ja auch nicht weiter Da kann ich das wieder rausnehmen hier Ah, hier muss ich das Baby einsetzen Warte, 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 genau Da haben wir nämlich auch noch so ein Ding Oh Gott, ist das krank, ey Wahrscheinlich müssen wir da Um an den anderen Bereich zu kommen Nee, nicht da rein Vielleicht das Falsche Kopfhörer drückt mir heute irgendwie Ich weiß auch nicht Okay, ähm Oh, warte mal Nee, das hatten wir ja schon Und ich dachte, das wäre auf der anderen Seite Ich glaube nicht, dass wir drauf schießen müssen Ich hätte jetzt gesagt, wir müssen den irgendwie zusammenbauen oder so Aber zurück komm ich ja auch nicht mehr Okay, hä, okay, hä Hä? Ich versteh's nicht Hier ist auch noch so ein Arm So ein Greifer Ganz viele Greifer Ganz viele Körperteile von diesem Viech Noch mehr Körperteile Ich versuch's mal mit diesem Okay Äh, okay Müssen wir das an Hat das nicht funktioniert oder was? Müssen wir das andere einsetzen? Oh Gott, ey Nein, wir müssen das Ding nehmen Warte mal Was müssen wir mit dem Ding machen? Oh, oh, ich weiß Warte mal Vielleicht müssen wir dieses Dieses tote Ding müssen wir vorne einsetzen Oh Gott, ist das Das ist doch krank Okay, das müssen wir nehmen Und dann Und dann Und dann Und dann Hier einsetzen Aha Oh, 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 oh Nein Auspressen Okay Okay Das ist wirklich sick Und dann können wir das hier einsetzen Oder was Bums Ah, verstehe. Das zweite Teil müssen wir auch noch. Das ist mal ein Rätsel, du. Sitzt denn jetzt ein neuer da? Okay. Was ne Aufgabe, du. Was ne Aufgabe. Und du denkst, dein Job ist scheiße. Oh, uhra. Oh oh. Das ist nicht gut. Okay, das war ein Endgegner. Okay, haben wir irgendwas? Ah, wir müssen an diese Dinger, die an der Seite hängen. Na, komm schon. Nein, scheiße. Okay, wie sollen wir das denn schaffen? Wie sollen wir denn so schnell... Okay. Fuck, ey. Okay. Oh fuck. Das ist schwer. Okay. Aber ich verstehe, woher in die Reise geht. Wir müssen ihm auf die Eier hauen. Das ist das zweite schon? Ja, ne? Okay. 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 Ich glaube, das beste ist, wenn wir einfach ausweichen. Okay. ARD Text im Auftrag des WDR Wenn wir einfach ausweichen Schießt er jetzt nicht mehr Schießt er jetzt nicht mehr Wir müssen warten, bis er sich hinkniet. Hier bin ich. Aha. Oho. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Mulde der so hat. Ja. Okay, den kriegen wir allein. Das ist auf jeden Fall ein ekelhafter Gegner. Okay. Ja, komm, öffne deinen Bauch. Ja, jetzt. Oh, kriegst du eine Waffe. Shit, ey. Okay. Er ist auf jeden Fall aggressiver geworden jetzt. Ach, fuck, ey. Der ist schneller. Na, schieß doch mal. Dann muss ich ihn jetzt doch wegballern. Okay. Wie krieg ich denn jetzt? Ah. Ah. Warum denn so wütend? Okay. Ey, wie kriegt man den denn? Muss ich irgendwas mit dem Teil machen? Muss ich den hinten irgendwie erledigen? Aua. Aber wenn du draufballern, scheint es ja nicht zu wirken. Ich muss mich mal heilen, aber es geht nicht so lange, der hier auch rumballert. Aua. Das bringt nichts. Ich kann seinen Scheiß... Das geht nicht. Ja, wenn er angreift. Ich muss warten, bis er angreift. Wer auf mich zurennt. Oh, fuck. Ja, mach schon dein Herz auf. Da. Okay. Das bringt nichts Aua Scheiße ey Ich hab keine Ahnung wie ich drankommen soll Und gleich bin ich dran Ich weiß nicht Einmal hat sich die Klappe in seinem Bauch geöffnet Als er so einen Eingriff machen wollte Aber ich weiß nicht Wie ich das triggern kann Das bringt nichts Warum trifft er denn da nicht Ey mach doch auf das scheiß Ding Ich muss gucken wenn er angreift Aber es ist so eine kurze Spanne Das schaffst du einfach nicht Ich freu mich ja schon ey Solche Bossfights liebe ich ja Er wischt einen halt immer wieder Komm ja nicht hier raus Und mehr Munde gibt's auch nicht Ja klar Wie viel Schuss hat der denn Na komm öffne dein Herz Komm her Okay Ah verstehe Alles klar Wir müssen ihn auf Er muss sich erst leer ballern Und dann muss er auf uns zukommen Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Neun hat zehn Schuss Er ist zu schnell So Komm her Hä Der hat sein Herz nicht geöffnet Warum nicht Was ist Das war's für heute. Letzte Chance. Der will mich hier gleich platt machen. Nein, noch eine Runde. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Haha, alles klar. Okay. Das ist so widerlich. Achso, wir müssen erst das Kind wegbringen. Ah, das ist nur eine halbe Füllung. Okay, wir brauchen noch... Wir brauchen noch... Oha. Nein, jetzt sag nicht tot. Jetzt haben wir nur noch den Raketenwerfer. Ah, wie kommen wir jetzt in das Kind? Der hat auch noch so einen scheiß Raketenwerfer. Wir brauchen noch das letzte Kind. Aber warte mal. Vielleicht da reinschießen? Keine Ahnung. Okay. Was haben wir schon für eine Chance, ne? Wir müssen noch mal den Fight machen. Geht doch weg! Oha. Oha. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Scheiße Renn weg! Renn weg! Das ist doch mal richtig kacke! Von wo starten wir denn jetzt? Okay, mit dem Granatwerfer auf jeden Fall Der Typ hängt da Anstatt dass er das Ding zersmasht oder sowas Eins, zwei, drei Sechs, ich glaube neun Schuss hat der Nein noch? Ja, wie viel hat er denn noch? Musik Wahrscheinlich dieselbe Scheiße hier nochmal Ah, jetzt nur mit Raketenwerfer Das wird natürlich super schwer Ja Ah toll, das juckt den gar nicht Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie kann ich den denn? Oder muss ich den direkt in den Rucksack einreinballern? Musik Wahrscheinlich schon, ne? Haha Haha Yes Ist er da verloren? Ah, das war's schon Oh, dankeschön Ich dachte schon, wir müssen jetzt den ganzen Fight nochmal machen Dieses Spiel ist einfach so ekelhaft Das ist einfach der Hammer Okay, jetzt bin ich ja echt Oh, nee Das Ding hat uns weit vollständig übernommen Oh Gott, dann können wir nochmal Wir haben kein Leben mehr Das darf jetzt nicht nochmal passieren Das haben wir echt Problem, glaube ich Okay, wir müssen erst dieses Zeug loswerden Oh Gott Okay, wie werde ich das Zeug los? Wie werde ich das Zeug los? Wie werde ich den Parasiten los? Da ging es ja Gab es ja nichts mehr Wir müssen nochmal zurückgehen Wir haben ja irgendwas weggeballert Vielleicht haben wir jetzt einen neuen Durchgang Oder so Dann wüsste, wo ich den weggeballert habe Hier unten Nee, das ist die untere Vielleicht draußen irgendwo Ah, warte mal Da, bei der Figur Vielleicht ist jetzt der Eingang frei Oder so Wir haben irgendwo Haben wir was weggeballert Weil da ist auch so ein Griff Oder sowas Da kommen wir nicht hin Irgendwie Da muss man noch irgendwo hinkommen können Tja Wie können wir dieses Viech loswerden Jetzt mal Vielleicht gab es Wie kommt man denn da hin? Da ist ein Fahrstuhl oder sowas Warte mal Das haben wir doch schon gemacht, oder? Ah Damit kriegen wir das Ding frei Damit kriegen wir die Hand frei Ah, wir haben nur begrenzt Zeit Wir haben nur begrenzt Zeit Und von hier Kommen wir da runter Da brauchen wir auf jeden Fall einen weiteren Boah, schaffen wir das? Boah, schaffen wir das? Was ist hier unten? Warte mal Hier kommt man nach draußen Können wir aber auch nicht bedienen Weil das Viech uns noch hat Also raus kommen wir hier nicht Sondern wir müssen das lösen Oh Gott Wo kommt man hier rechts hin? Drei Aha Ach, wir hätten das Tor erst aufmachen müssen Fuck Fliege Warte mal Also wir müssen auf jeden Fall Ja, ich glaube ich verstehe Das Problem ist, wir haben nicht genug Leben Wir haben nicht genug Leben Okay, so könnte es aber funktionieren Okay, das können wir nicht benutzen Wir müssen da rein Wir müssen es machen Sonst kommen wir nicht da rein So, und jetzt können wir was machen Nein Da ist der Schlüssel. Aha. Ein Glück hatte ich noch so viel Munition, du. Oh, ich habe wieder keine. Aber das schaffen wir doch nicht. Nicht genug Leben. Ach, hier. Was geht dann? Ach so, weil das Viech das ja auch hält hier. Das Viech macht das mit uns. Verstehe, verstehe. Okay, warte mal. Jetzt schnell den Schlüssel upgraden. Alles klar. Ach, hier müssen wir... Ah, wir müssen... Ah, damit können wir für den... Ah, da kriegen wir Munition für den Granatwerfer. Jetzt verstehe ich, du. So, warte. Und der nächste Schlüssel ist da hinten. Das heißt, hier müssen wir uns nochmal stechen. Die Frage, was näher ist. Vielleicht ist der andere auch näher. Ich check mal eben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Sekunden bis hierhin. Ne, der ist näher. Okay, let's go. Okay. Wahnsinn. Oh, man sieht so ein bisschen die Sonne oder so. Okay, was ist das? Okay, kann mich das... Oh, das Teil kann mich von den Parasiten befreien. Aber ich komme nicht bis hierhin, oder? Ist das ein Problem? Schaffe ich das? Versuchen wir es mal. Versuch macht kluch. Okay. Richtung, verwenden. Okay. Ah, ich muss dieses Viech abgreifen. Welcher am Arsch hier? Ich muss die richtige Stelle finden, wo ich den Parasiten abnehme. Aber wo? Vielleicht hier? Okay. 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 Okay, Ende. Neun. Ich bin ihn los. Neun. Ich bin ihn los. Es haut ab. Boah, wie creepy, ey. Ja, ganz anders jetzt, ne? Äh. Da ist jetzt zu. Ich muss hier raus. Wir sind vorne durch. Jetzt kann ich das ja auch benutzen. Ich hoffe, das Viech bleibt für immer weg, ey. Aber ich muss da hin. oha, 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 oha. Das hat mich ganz schön auseinandergenommen, dieses Parasitenviech, ey. Baby. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Muss ich wirklich dieses Zeug, ich denke mal schon, ist die einzige Möglichkeit, ne? Ich habe auch sonst keine Waffe mehr oder sowas, ich muss da runter Vielleicht muss ich diese Viecher, die eigentlichen Bewohner, vielleicht sind das die letzten ursprünglichen Bewohner von diesem Planeten Und ich muss die wieder herstellen Aber wozu das Ganze? Oh, 10 Okay Was ist das? Kann er mich reparieren? Das sieht ja so arztmäßig aus mit seinen Scheren Okay, doch nicht Okay, hätte ich das nicht machen dürfen Ach, er schließt mich an dieses Netzwerk an 11 Ach, ich übernehme jetzt den Körper der Frau Den wir wieder hergestellt haben Oh, das sind gerade Sommervibes Ja Wechseln Was wechseln? Wechseln Das bin ich Wechseln Aber was Ah, Leertaste Hä? Ich habe jetzt zwei Körper Ja, das ist ja ein Ding Ich stehe mir selber wieder im Weg Oh, hallo Was macht ihr denn da? Ihr seid so ungezogen Ach, weil ich zwei Schlüssel brauche wahrscheinlich wieder Was macht ihr denn da? Jetzt brauche ich die andere Aber ich brauche auch einen Schlüssel wahrscheinlich Ist das krass Okay, ja, wo muss ich hin? Auf die andere Seite Und jetzt wahrscheinlich wieder wechseln Na, jetzt schließt sich wieder alles Warte mal Okay, wie lösen wir das Problem? Einer muss draufstehen Vielleicht wieder mitrennen Oder spielt es eine Rolle, wer welchen Schlüssel hat? Dann müssen wir uns jetzt wieder befreien Warte mal Vielleicht müssen wir jetzt zu unserem richtigen Ich zurück Und den irgendwie befreien oder so Aber dann kann ich die ja nicht mehr kontrollieren, oder? Okay Okay Und dann steht einfachier Dann geht's mir sicher Und dannomas auch mal In Und dann Ja, wie wäre es Ja, als nächstes Dann Ja, ich Müssen wir den da auf das Ding legen? Warum schneidet der in dem rum? Scheiße. Jetzt geht's ganz runter. Okay, so kommen wir durch. Jetzt geht's nur noch geradeaus. Okay. Ah, jetzt bin ich wieder zurück. Oh nein, der Parasit! Oh nein, okay. Oh nein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Er verwächst komplett mit mir Untertitelung des ZDF, 2020 Was wäre denn da gewesen hinter der Brücke? Untertitelung des ZDF, 2020 12 Das war's? Das war's? Was? Ja, war ein ganz schön kryptisches Ende, ne? War's das wirklich? Weitermachen, wo du aufgehört hast. Okay, wir landen wieder hier. Okay. Ich verstehe das Ende nicht. Es war also alles sinnlos. Dieser scheiß Parasit, der hat uns trotzdem wieder übernommen und irgendwie mit uns verwachsen. Aber wenn man jetzt so das Titelbild sieht, fing es ja eigentlich so an, wie es geendet hat. Wir haben da sogar noch so einen Schlüssel an der Hand. Das heißt, irgendwie waren wir schon verwachsen mit dieser Welt. Und der Parasit hat wieder dafür gesorgt, dass wir wieder zurück in diese Teil dieser Welt sind. So als ob es nicht geplant ist, dass Menschen oder diese Lebewesen hier frei durch diese Welt stiefeln sollen. Und das anscheinend kurz vorm Ende, weil ja diese heilige Brücke den Weg zum Ausgang gemacht haben. Wenn man das jetzt mit Geburt gleichsetzt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall... Also es hat mir sehr gut gefallen. Hauptsächlich wegen dem Artstyle. Die Kämpfe waren ein bisschen verwirrend und ein bisschen schwer teilweise. Die Rätsel waren in Ordnung. Fand ich jetzt nicht allzu schwer. Außer bei diesem einen, wo ich ein bisschen vorgespult habe. Da kam ich irgendwie nicht so ganz klar erst. Aber bis ich gesehen habe, dass sich nur das eine Teil dreht, wenn man auf der anderen Seite... Naja, ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall ein sehr solides Brain-Fuck-Horror-Game, würde ich jetzt mal sagen. Was schon gerade zum Ende hin bei mir ähnliche Vibes wie bei Soma ausgelöst haben. Quasi diese, was ist Existenz und so. Dass er dann an diesem Netzwerk angeschlossen war und in diesen anderen Körpern. Also man hatte fast das Gefühl, die Welt um dich herum will nicht, dass du frei rumrennst. Sondern möchte, dass du weiterhin Teil dieser Welt bist. Und deswegen, auch dieser Parasit, dieser Feindliche hat dafür dann gesorgt, dass du Teil dieser Welt bleibst. Indem er halt wieder mit dir verwachsen ist. Und das Spiel beginnt ja auch so, dass du quasi mit dieser Welt verwachsen bist. Deine Umgebung, die ja sowieso wie ein toter oder ein halbtoter Organismus ist. Der war von so einer Art Parasit, ja, überwältigt wurde. Also, ziemlich interessant, hat sehr viel Spielraum für Interpretationen. Ich denke mal, ich muss da noch ein bisschen drüber nachdenken. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Ende interpretiert. Ich werde aber garantiert mir auch Videos später alle dazu angucken, wo das Ende vielleicht versucht wird zu erklären. Aber ich denke mal, was das Ende wirklich bedeutet, das weiß dann letztendlich nur der Entwickler, was er sich dabei gedacht hat. Alles andere ist Interpretation. Da wird es wahrscheinlich bessere und schlechtere geben. Richtig cooles Game auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht, hat mich auch in seinen Bann gezogen. Ihr habt ja gesehen, hier der letzte Part ist jetzt zwei Stunden lang, so um die zwei Stunden. Ich konnte nicht aufhören und ich wollte es auch nicht noch kleiner zerstippeln. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich lasse jetzt noch die Credits durchlaufen. Irgendwo bin ich da auch drin als Kickstarter-Supporter. Ihr könnt ja mal gucken. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und sage, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder, wenn ihr mögt. Das wird dann wahrscheinlich A Plague Tale Requiem sein, weil das kommt nicht morgen raus. Ich habe es schon gekauft und werde es dann morgen aufnehmen. Also im Prinzip, wenn ja das Video kommt, werde ich es heute aufnehmen und es kommt dann morgen. So, ich hoffe, ist alles klar soweit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich mache mich weg und mache jetzt die Credits. Ciao. Bye. Alles klar. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.